Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihn ausbreitete. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sonst kriegst du es ja nicht in die Dock, sonst müsstest du jedes Mal mit der Dock blöd herumkämpfen. Deswegen, ich finde es gut so, wie es gemacht wurde, weil ich permanent bei mir kommt die Switch runter und rauf, beziehungsweise ich wechsle zwischen den beiden Docking Stations. Und einen wunderschönen guten Abend, guten Freitagabend. Freude, es ist ein super cooles Spiel des Übertodes, was einfach großartig ist. Ich habe zwar schon meine 2, 3, ah fuck, ich wusste ich werde es vergessen, ich bin in zwei Minuten wieder da. So, jetzt komm schon. Danke. Und ich habe es verpasst. Gehen wir noch eine Runde. Besser. 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 B-, B. Nicht. Ja. Manyakverse Aria? Vielen Dank, für saving gehört. Bauer Now you're here, and you won't sleep. You never saw that. That didn't happen. Congratulations! You are ugly. You smell. I hate you. No wait, these were my wedding vows. Let's see where I'm- Ohhhhh! Why did I say- Can it be seen that you're stupid or something? Yeah! I see at the end of the game, I have a card. Warum sehe ich erst am Ende des Spiels, dass ich eine scheiß Karte habe? Mann! Das hätte mir so viel erspart! Ich habe eine gottverdammte Karte! Ich hatte Panik! Ich bin absolut kein Fan von Trolllevel, um es... Bye! Fuck! Fuck! Noo! Waa! Got it! Eyo, checkpoint! Holy smokes! Dammit! Ja! 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 Der Dekobaum ist ja mal richtig cool. Holy shit. I got this. I got this. It was at this moment that he knew. He fucked up. They go up. They don't go up they go up. I got this. 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 I can say that SMM1 is a tech demo to what SMM2 is. I got this. 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 I got this pretty cold. es tut mir extrem leid ich habe mich beeilt und ich habe was verkackt ich habe was ganz ganz groß verkackt let me show you was ich verkackt habe man sieht ja das pony ist da wo es ist ich musste allerdings das zweite tattoo nehmen ich habe den zweiten zettel jetzt so ausgeschnitten in meiner eile beim ersten habe ich ein ganz klein wenig detail vergessen zu tun ich habe vergessen die folie runterzunehmen und das tattoo ist auf der folie gelandet ja das bin ich wirklich das bin ich wirklich oh man es ist richtig schlecht das kommt davon wenn man sich beeilt kann ich das licht ausmachen damit meine stirn heute nicht so warum scheint meine stirn heute schon wieder so viel so funktioniert es auch oder oder wenn ich den hier mache wenn ich dich ausmachen dann ist komplett finster ja dann das problem mit green screen ich mache dazu alles an sicher sicher dann sieht das tattoo leider nicht so gut kann ich irgendwie noch was drehen wir müssen sowieso noch warten bevor es losgeht weil wir sind ja nur zu dritt gerade Alex ist noch nicht da und mein Bruder ich weiß nicht was er macht Poco Jumbo spielen vielleicht dann weißabgleich noch unterdrehen nein weißabgleich hochdrehen nein Kontrast ändern perfekt nein das bringt nichts das macht es noch schlimmer er nimmt seine freundschaftsanfolge nicht an das ist richtig mit absicht so dunkler aha schau das funktioniert ein bisschen besser ein bisschen besser ja wer weiß wann er Zeit hat aber ich starte es einmal ich schau mir mal an wie es aussieht den Patch habe ich schon runtergeladen ich habe vermutet dass Nintendo wieder ein day one Patch macht mein Drink ist leider irgendwie ein bisschen unflüssiger als ich dachte dann kann ich ihn trinken nehmen wir mal Offlineplay ein Spieler Slurp ja es ist ein Bananen Himbeer Milchshake mit ein bisschen Vanillezucker und Zimt aus Mario Party 1 haben sie die Overworld genommen los start with this green pipe the journey to become the superstar maybe you even forgot all about it that's okay it's been such a long time after all travel through this pipe and the journey begins again ich habe Pi mal dauerne viertelstunde von dem Spiel gesehen finally I made it I guess it's all up to me where is everybody it's almost time it has been such a long time that it seems the Koopa Troopas a little nervous I find so echt toll dass sie es so gemacht haben und da ist witzig there is no time to waste let's get going to the world of mario party old and new so viel EU was hat dir nicht gefallen an dem Himbeeren kein Himbeerfan view memories from past adventures or check your records and from mount minigames was kann man umstellen die Musik welcome we carry stickers music and the club Pedia pages and Mario Party card designs you can earn coins playing board games and on mount minigames go ahead and take a look around browse to your hearts content ach so das sind die sticker die man auch das ist ein sticker oh it looks like you don't have enough danke ich wollte ich wissen was es ist alle älter verwalter interessant ach so was sind Karten ich weiß nicht was Karten sind Encyclopedia Music oh shit cool das heißt man sammelt wieder Münzen und Sterne am Schluss mit deinen Infos das Räton Modern sind Hintergrund dafür ah ok erstellen um zu spielen ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe Data House ok deswegen will es auch von mir dass ich zuerst da hingehe ich glaube für heute zoome ich in die Kamera rein kann ich das machen das sieht noch ein bisschen besser So welcome to the Data House eh 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 you're new around here let me show you something interesting This is a Mario Party Card So. Besser. Kann man mich mehr sehen. Was davon kann ich hin? Achso, edit. Choose your favorite game in the series. Choose your favorite board. Einhorn ist voll süß. Ja, ich habe das eine. Es tut mir sauleid, dass das eine hingeworden ist. Es tut mir echt saumäßig leid. Es nervt mich selber. Ich habe mich halt beeilt und habe vergessen. Und ich tue drauf und nehme es runter und denke mir, was hat jetzt nicht funktioniert, bis ich gecheckt habe. Scheiße, ich habe die Folie nicht runtergenommen. Wenn einer gespielst, wir haben hier die Karten, der anderen auch hat er gestellt. Ich verstehe. Spaceland? Nah. Birthday cake? Ah, geht so. Woody Wood zwar cool. Horrorland ist auch nicht schlecht. Es ist also 5 ist echt wenig. 5 ist echt wenig. Aber sie haben ja versprochen, sie bringen mehr. Egal, ob es zum Bezahlen ist oder kostenlos. Ich nehme es. Ich glaube, wo die Wood nehme ich. Ich meine, das Horrorland ist auch cool. Warte. Das ist 1. Das ist 1. Das ist 2. Das ist 2. Und das ist 3. Das ist 2 1er, 2 2er und 1 3er. Ist das fix, dass mehr kommen? Ich bilde mir ein, dass sie gesagt haben, dass da auf jeden Fall mehr kommen. Choose your favorite minigame. Holy shit. Schön, Trottel. Achso, 4 Stück. Nein, nicht irgendwelche nehmen. Ich muss mir schon nehmen, welche, die mir wirklich gefallen. Wobei ich ein paar davon genau nicht kenne. Ich habe ja nur 1, 1, 3, 4. Okay, ein bisschen was und 2er haben wir gespielt. Aber ich glaube, beim 2er haben wir nicht alles. Fertig gespielt. Ich lasse mir gerade Zeit. Nicht, weil ich, weil mir Pfad ist, sondern weil wir nur noch, weil wir immer noch nur zu dritt sind. Ich warte darauf, dass endlich mein Bruder oder, oder Alex auftauchen. Snow World. 316. Golf? Chip? Oh, das ist für Doscher. Das soll Chip Shot Challenge. Angie spielt auch gerade. Magst du sie mitspielen? Magst du sie mitspielen, die Angie? Dann soll sie mich ein, dann kann sie gerne mitspielen. Dann spielen wir. Sie spielt mit Freunden. Okay, definitiv das hier. Da bin ich einfach Beste. Couch Coop, ich verstehe. Oh mein Gott, es gibt wirklich Freistoß. Das ist cool. Und endlich wirst du das Spiel spielen können, Jesse. Endes nicht nötig, es gibt Raum-IDs. Ah, okay. Ja gut, das mit Raum-IDs, das war auch irgendwo logisch. Das war klug, dass sie das gemacht haben. Das finde ich cool. Das TikTok-Hob habe ich echt gerne gehabt. Aber ich glaube, ich nehme das jetzt einfach. Ist das Fußball? Das ist wirklich Fußball. Das hasse ich. Okay, dann nehme ich TikTok-Hob. Ich sehe, all righty, dann. Don't forget that you can change it here anytime. Warte. Musik. Ah, ich kann nichts ändern, weil ich keine Musik habe. Ich verstehe. Ich muss alles kaufen. Game Records brauche ich nicht. Encyclopedia, was ist das links? Weiß ich nicht. Es gibt Achievements? Ja. Jetzt schon ein Fan. Ich habe schon, ich habe 15 Minuten circa zugeschaut. 15, 20 Minuten. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich 2 bis 3 grobe Probleme mit dem Spiel habe. Ich werde sie nicht nennen. Ich werde es selber spielen und schauen, ob es... Ich mache 100%. Also so oft, wie wir spielen werden, werde ich definitiv da die 100% machen. Ich werde es erstmal selber spielen, bevor ich die Probleme nenne. Musik ist gut für Lifting One Spirit, if you listen to me or not. Aber, bevor man denkt, oh mein Gott, der meckert jetzt schon. Ich finde das Spiel jetzt schon absolut fucking großartig. Wo ist jetzt Alex, Mann? Immer holt sie rum, dass ich so spät streame und sie freut sich auf Mario Party. Jetzt ist sie nicht da. Bäh. Blöder Alex. Blöder Alex. Im Chat schon so sein? Wirklich? Tatsächlich? Alex. Mario Party Level? Ok. Option House. dann rennt er noch ein bisschen mehr blöder alex blöd 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 you can tweak a variety of settings here sticker settings delete progress adjust background music text speed oh hell yeah cpu movement thank you modern 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 ich habe kein banana sound ich kann das nicht ändern muss ich das erst kaufen einfach dicker settings yes good choice hi yes wow und minigames mario party ich kann nicht online gehen online play franz once you connect to the internet your player info will be shown to other players including online community guidelines apply connect i don't wanna read that shit i don't fucking care okay thought at hi there how are you you can meet up with far away friends here bedroom friends only no passport okay how many people will play on this system one ist zu drei gehen also natürlich wäre auch sinnfrei wenn man online zu viert spielen würde aber ich finde es cool dass sie die möglichkeit gegeben haben wow der schaut laggy aus room info wo ist jetzt nur wo ist jetzt nein 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 danke ich will das nichts ich frage das große seite switches mitgenommen hat der hat es sicher mitgespielt du kannst auch schon freuen wenn du magst oder spielst du schon nicht verbunden werden wir warten kann ich dabei mal ein paar sachen reden ich weiß nicht ich meine es ist definitiv eine boomer mentalität aber viele viele aus meiner generation haben das auch übernommen dass man prinzipiell allergisch dagegen ist sich sachen durchzulesen und ich weiß nicht warum besonders wenn es darum geht einfach es ist ein ganz kurzer text der erklärt was man zu tun hat aber leute wollen es nicht lesen sie wollen sich lieber dann mitten im spiel beschweren oder bei irgendwelchen sachen beschweren dass sie es nicht verstehen und warum es so scheiße ist dass sie erin was playing this new release it released today yes it's today's release awesome game haven't played it but still awesome game work thank you so much for your luck final okay let's get lost have a good time mein Vater ist das beste beispiel er würde sich eher die venen durchschneiden eher irgendeine anleitung liest weil er weiß es besser aus ne anleitung you want to play with someone else press b to end the current session okay get fast getfire Jeder du 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 warst dem ich bin ich pearl ich bin m ich bin Ja, dann fangen wir gleich mit den ersten an. Oh, die werden immer schwieriger, ich verstehe. Total Turns 15. Ich lasse es bei 15 Turns. Bonus das. Ah. Das ist gut. Wir lassen uns mal die moderne. Dann schauen wir uns die moderne an. Keine Handicaps. Das ist der Pick-A-Mini-Game-Pack. Each Pack holds a different selection of games. Skill, Action, Family, Nintendo 4. All types. Einfach alles. Set, let's go. Äh, weil die Mini, die die Sterne, die... Also die Bonus-Sterne, die waren einen Punkt, der mich ein bisschen gestört hat. Aber ja. We've made it to the Tropic Island. Irgendwer hat schon wieder angerückt. Oh mein Gott, sie haben tatsächlich die N64 Screenshots verwendet. Keine Handicaps, Superstar, blah, blah, blah. Hoping to start to appear. Ja, whatever. I guess it's up to me to be your guide. This is your first time playing on this board. Nein. First we decided to turn, oder? Hello? 7. Scheiße. Hängt schon an. Mit fast derselben Konstellation hast du vorhin gespielt. Ach, ich müsste mich hier für... Stassi, drücken! Nein, dann decided hier, das ist ein Kreuzug, jetzt startet. Ich glaube, ich muss mich hier für... Ich muss mich hier rüber bewegen. Und ich schneide dich wie weg. Okay, da unten ist Tod. Ach so, Todette hat hier einen fixen Platz, glaube ich. Tauscht immer nur mit Bowser, glaube ich, das war's. Ja. This game does look like it will be fun. I am very excited about it. I am truly excited about this game. And I already love it. There are already things that I don't like about it. Because I've seen about 15 to 20 minutes of the game. But we will see. I want to play it myself and to judge it... ...by that. Whatever. Oh wow. Already two event spaces. Cheap chomp's trick. Wow. Eito. Wow. Eito. Wow, I'm the only one on a boost base. Poor Toadette. Poor Toadette only got eaten by Cheap Chip three times. Go play a minigame, let's go. Kony Island. Keep an eye on the shadows to catch the following scopes of ice cream. Catch the most scopes to win. Okay, easy. I guess. Mario! Mario! Was? Bullshit! Oh fuck, I'm slow as hell. Yes. Was was? Ich dreh Headwing als Ganzes. Ja, Turn Decay. Hm. Hm. What the fuck? Already? What the fuck? Why? Okay. Nevermind. Didn't say anything. Hallo Alex! Danke für die 10 Bittes. Geht's dir Alex? Alle! Woop! Uh, view board. 6. Uh, view 6. At least no star first round? Thank you Thwomp. Oh shit, there's a fast forward option? I already love it. Okay. Love it. So that is never safe? Nope. Ganz gut, die gibt es auch. Habt das bei Domtender schon gesehen. Damn. Hammer drop! Damn it. Messy memory. Oh no. Shit. Alright. Woah. Oh shit. Fuck. 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 Yes! GG, Desi. Nice. Bullshit. Warte. Ist Jesse Yoshi? Ja. GG, Desi. Doch, passt schon. Tada! Oh! Item Shop? Double Dice? Okay. Okay. Custom Dice. Oh shit. Oh shit. What the fuck? What the fuck? Double custom block. Back to the Star. Come on, come on, come on, come on, come on. Yes! Die Glücksfelder sind das Negative in dem Spiel. Das ist einer der Punkte, die ich nicht mag. Get a Star. Ah, thank you! Tada! Yeah! Come on, Jesse, du schaffst mehr als eins. Tumtumtumtumtumtumtumtumtum! Für mich persönlich hätten sie, das ist auch einer der Punkte, nicht nur die Glücksfelder und die random Faktoren, aber ich gehe dann zum Schluss noch ins Detail, das was ich bei Nintendo schon seit Jahren bemängel, ich meine es geht halbwegs, sie haben zumindest wesentlich Verbesserungen im Gegensatz zu den früheren, die scheiß Animationen hätten sie ein bisschen verlieren können oder das ganze noch ein bisschen ver-, oh shit, ein bisschen beschleunigen können. Triple Dice, WTF? Bowser's Big Blast, do I know that? Oh, fuck me, oh, fuck me, no, no, oh, okay, last. Oh, der Dicke... Nice, first try fucked up. Come on purple. No, ha, 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 fuck. No, purple, why? Ah, fuck me. Fuck Luck Games. Boom. Three. Oh, my God. Wow. Wow. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No, 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 no. Why don't we get some coins? No, 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 no. I don't like it that we still get coins even though we lost. That shouldn't be a thing. That really shouldn't be a thing. We lost, we lost. Stop giving away money. I hate that. Bullshit. Uno hates free money. Yeah, I actually do. I actually do hate free money in Mario Party at least. Oh, no, no, no. I don't like this. Maybe. Oh. Yeah. Oh. Oh, no, I never. Get. Get. Come on. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. Oh, no, oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Es ist eines der großen Probleme, die Nintendo immer macht. Sie schrauben viele Geld an dich, für nichts. Wieso von dir? Du bist der nächste am Stern dran. Und hast viele Coins. Du hast 22 gehabt, sie hat 18, sie kann es sich nicht leisten. Du könntest sie sie leisten. Mit 18 kann sie sich den Stern noch nicht leisten. Ich mach das voll klug. Natürlich kann ich rechnen. Außer sie gibt sich jetzt selber den Cursed Dice. Ich hätte meinen Mall halten sollen. Sie hat das gespammt, wir sollen trotzdem minus elf, ja. Das mit der Map ist cute, das ist gut gemacht, ja. Ich hätte meinen Mall halten sollen, ich habe sie ja vorgesagt. Night, Light, Fright. Do I know that game? Let the change jump come as close as possible and stop it with a flashlight. Whoever stops it the closest wins. Okay. Gotcha. Ah, ich wollte eine 3. Ja, 4 geht aber nicht. ACHES BILL Da hat macht ... BEGINS needed zur ... von NO! I PRESSED IT! Oh fuck. Bullshit game. I PRESSED! Ja natürlich Jess, du kannst es nicht regeln. Du kannst es nicht denjenigen machen lassen, der den Server aufmacht. Wenn man zusammensitzt, dann ja, aber sonst... All the servers fault? Yeah, I'm pretty sure it's delay. Get fucked! Get fucked! Wenn ich ihn nicht haben kann, wird ihn keinen haben. Alley, up! Oh fuck. Yes! Tada! Ohhhhhhhhhh! Ah, getrückt halten! Ah, getrückt halten! Ah, getrückt halten! Das Vorspulen ist echt saucool. Ich bin happy, dass sie das eingebaut haben. Holy fuck! 18! You have potential to be a superstar! It costs you only money. Give me money and you are a superstar. Oh shit! It's back! That's nice. I like that. I like that. I like that. I like that. No revolution. 20 coins. Bye! The star didn't move. No, on this map the star doesn't move. On this map there are only the position of Bowser and Toadette. And when you land on the event thingy, they switch positions. On this map the star doesn't move and on the cake the star doesn't move. On every other map. Yes, yes, yes. On every other map the star moves. Mache to push that. Accelerate, slow down, steer. Okay. Let's do this. Komm schon, Jesse. Wir schaffen das. Press start! Hello? Thank you! Oh shit, it's laggy as fuck! Oh, come on! I hate it. No joke and no Jon, the game is laggy as fuck. I press to the left and there's a delay, about a second delay before it goes to the left. It is really delayed. Why does everyone get 10 coins? What the fuck? Why? No, oh come on Nintendo. Come on. No one should have gotten, because there was a tie, yeah, but then no one should get coins. No one made it into the goal and then that should mean no one gets coins. End of story. I sure hope that someone lands on an event space. Or else I'm fucked. Fuck! Fuck! Oh, I had the minigame. Oh, wow. Well... Fuck this game. Now I'm playing it again! Can I return it? Where is the game? I'm returning tomorrow. I'm returning tomorrow. And I can't do shit. And I can't do shit. Five. Solid five. Mushroom! Mushroom! Minigame! Let's go! Yes! My time to shine. Quicksand! Archer... Archer rival. Archer rival. Archer rival. Archer rival. Oh shit, I never played this game. Archer rival. Archer rival. Archer rival. Archer rival. Archer rival. Archerbuff. Archer rival. GG Buena buena chicken dinner 7 Hit Immerhin kriegt bei dem 1 gegen 3 nur der Gewinner die Coins Ich hätte auch erwartet, dass sie auch da den Leuten die Coins hinterher schmeißen Die Coins sind ein ganz großes Problem in dem Spiel 6 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 2 3 4 4 4 5 4 5 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 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 10 11 11 12 13 14 Ich bin der Mario Party 1 Master. Tada! Oh, DK fickt mich jetzt, oder? Oh ja, Moment. Wenn das jetzt noch mit der Statur bei Mario Party 1 schafft, bin ich beeindruckt. Schaffe ich sicher. Let's go! 5. Come on, please. Come on, Rosie. I know we can do it. Ha! Yes! I to that. Thank you to that. See you around to that. Tada! Awww! 4 coins?! Bullshit. Only 4 coins. I don't get it. I don't get it. I don't get it. They throw coins at you. Non-stop. At every possible time. You find a hidden block. Which is a really low chance. And all you get is 4 coins. Someone should be aware that this is unbalanced? First place still complaining. It's not complaining about that I'm first place or anything. No, 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 no. Don't get me wrong. Don't get me wrong. I am criticizing the game and I'm really criticizing the game for some decisions. Like those lucky fields. There are way too many of those luck spaces. It's not logical that you get non-stop coins thrown at you and that in the hidden block there are 4 coins. And in the lucky space you get minimum of 7 coins. There's no logic behind that. Oh wow. Of course. Salty got no coins. That's unlucky. That was straight up unlucky. No coins and no, no, no items. Hammer drop. Mushroom mix up. Our favorite game. Even in colorblind mode. Finally you can play the game, yes. Also, don't play the game. I'm so hungry. Fit me now. Fit me now. Well, get the game. Have fun now, how you got the game. Huh? And indeed, we are always the game. No, no no, no, no. Oh, no! Nooo! Deserved! Deserved! WHAT?! WHY DOES BERTA WIN?! WHY?! BULLSHIT! BULLSHIT! I CALL BULLSHIT! WHY DID BERTA WIN?! BULLSHIT! BULLSHIT! FUCK THIS GAME! BULLSHIT! BROTHER DIDN'T WIN! WE ALL LOST! Last one to fall into the water? THAT WASN'T THE OLD GAME! THE OLD GAME, IF YOU LOSE, YOU LOSE! NOT THE LAST ONE TO FALL INTO THE WATER! THAT WASN'T THE OLD GAME! THAT WASN'T THE OLD GAME! Fair enough! IN Einer Minute, das ist gut! Du musst A drücken, weil ich werde dir leider wieder Coins abziehen müssen! Nevermind! Fuck! Fuck! Welcome, Waha! WAAAGAWwoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOpThe fсяhw zeker? WAAAGAWaA elderlyfz! UMKH generally R stall! where are they li deficierر街 aus ba llama hiyoohw? It's noturr inputs it . Yep we have you already sick CINCOINOROoOoOOoOoOoOOoOhOhOoOoOoOoOoOoOo Mackу! Wow, fuck it. Fuck this game. Bullshit. Getting a shitty star stolen is just shit. Fucking hell. 15 coins. Again. Coins here! More coins! You need coins? Here, coins! We have coins for you! Coins! 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 Why? Hide and sneak? Is it... Okay, it is. Ja, die Minispiele lohnen sich irgendwie am wenigsten. Ohhhhhhhhhh, shit! Fuck I lost Fuck I lost Wow I'm not a single one Wow holy crap I missed everything Well I guess I'm not winning this Er hat mir gesagt, dass es mir nicht Spaß macht Perfekt ist es trotzdem nichts Die Sachen, die ich erwähnt habe, die nerven mich wirklich Let's go Well the seven now Is unnecessary Yes Oops 15 coins holy crap But still it's an item At least you get an item for 15 coins Nein Jesse, im Shop bekommst du 5 davon für das Geld Oh, hättest du bloß einen weniger Scheiße, ich hätte es von dir klauen sollen Why double coin minigame Man sieht Alex, Stern und Münzen gar nicht Sieht man nicht Da tut es mir extrem leid Dann werde ich das gleich fixen Ich habe mich umgesetzt, aber ich habe Achso, wahrscheinlich sind die Emotes im Weg Ich kann mich eigentlich lassen Oh, fuck me. Yeah, I fucked it up. God damn it. But the game knows you want more coins. Fuck it. It's not chill, it's going to have a car. Like I said, I'm going to have a car. GG Alex. 20, oh shit. Well we know who won. Five turns left. And in fourth, Donkey Kong, who is AFK for a few minutes. Dawn, 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 Donkey Kong, yeah. Okay, so as I said, the only big problems I have with the game, way too much money, way too many luck fields, which goes into way too much money. The minigames kinda don't matter that much because you get thrown money at you nonstop. And even if you lose, you get money nonstop. The animations are cool but could be cut a little bit shorter. There could be a skip button for way more things and the text could be faster. Those are the main things that bother me right now about the game. the game. Yeah, that's also Mario Party 3. 3? 1? 1 oder 3? 1? 1? 1? 1? 1? 1? 2? blub what the fuck no 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 wow why oh fuck the golden pipe why is there a golden pipe in this game fuck the golden pipes in this game bring back the magic lamp but not the fucking golden pipes okay wow 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 buradan wow Oh, no, no! Daddle 2? What does she say? I can't hear it. Let's go! Let's go! Oh, I forgot about it. Lucky space. Let's get lucky, I guess. I guess. Not, I guess. Woo! Yes! Good afternoon. Can't say, yeah. Yo, VB. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Why?! I am second! I'm fucking second! Why?! hell yeah ja danke für den Lörg fair enough ins gesamt max macht extrem spaß es ist sehr cool sie haben es relativ nah getreu an die originalen gehalten so ein zwei probleme hat das spiel die mich nerven aber nicht genug dass ich sage dass es schlecht ist es ist trotzdem ein großartiges spiel macht echt spaß männer of escape was sind die kritikpunkte man kriegt viel zu viele münzen nachgeworfen auch wenn man verliert kriegt man trotzdem münzen das heißt es gibt eine überflutung an münzen was auch die mini spiele teilweise obsolet macht ob man die gewinnt oder nicht man kriegt einfach münzen quasi hinterher geworfen es sind zu viele glücksfelder ding die auch bewirken dass man wieder mehr münzen kriegt und man wird wenig gestraft für irgendetwas und was mich auch mehr freuen würde wenn sie die animationen ein bisschen verringern würden und die texte beschleunigen das sind die großen kritikpunkte manorsatz derzeit kein ding sehr gerne gg aber so war ja so im großen und ganzen macht sehr viel spaß ich bin schon wieder der große verlierer okay und 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 alex die eine hat null und der andere hat weniger als 30 und es kann oh oh Wuhuuuu...! Baramelle... ....... ... grewelt ... ... Кстати, Oh. Oh, come on! Fucker! Oh fuck this shit! Last 30 of you coins for nothing! Fuck this game. Nächstes Mal weiß ich einfach warten. Bumper Balls. Oh. Honor Party 1? 2. Oh my godness. Fuck this game. I hate this game. Hm. NOOOOO Bullshit Hahahaha From first to last what else I can't do this Hahahaha Deathroader pick With your head jazz build tongue Jazz build das ist einfach nur gebetet machen sollen also das immer gebetet oh nein na 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 gedrückt halten jetzt ist es spät irgendwie läuft alles rückwitz wo ist es 2 paint misbehavin never heard what the fuck shoot goombas to paint them your team color oh my god it's platoon jesse start drücken der lag gott bei dir der lag gott bei dir der lag gott bei dir yes nice okay that's cool good chicken dinner good chicken dinner das ist drei ich kann das auch nicht ich glaube es könnte aus zwei gewesen sein es könnte aber auch aus fünf sechs sieben acht neun zehn ich habe nicht aufgepasst aus welchem spiel das war es kommen neue maps und verbesserung später das kostenlose updates nicht dass sie das spiel einfach liegen lassen sie haben gemeint und das habe ich jetzt von mehreren leuten gehört und ich bilde mir auch ein sieben nur wow das ist arg wenig sie haben gemeint sie bringen noch mehr maps was die patches angeht dass die sachen ändern ich bin mir mit einer 200 prozentigen sicherheit sicher ich bin mir ganz sicher dass sie daran nichts ändern werden ich weiß jetzt schon dass sie keinen fick drauf geben werden und das geht mir auf die eier die glücksfelder gehören reduziert ja es gibt kaum rote felder wie viel gibt es auf dem ganzen 1 2 3 4 5 es gibt gerade mal fünf rote felder 4 4 4 4 fuck das ist nicht gut lucky space was block block fuck ah hm 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 vanish d gut eh t Jeep Jeepchase Crazy Katas Mario Party won Oh, das läuft Alana Okay Oh Yes Winner, winner, chicken dinner Oh The jingle gives the Genze hot Genze hot der kampf ist zwischen desto und alex das ist perfekt das ist super gut und das freut mich gerade nice oh please come on rosie don't let me down yes oh fuck not enough coins you mir ein dreck sack ja das ist mir einen schönen tag wird machen du hast mir ein stern gestohlen du hast mir ein stern gestohlen du hast mir ein stern gestohlen habe ich dir quasi einen stern gestohlen ich habe teuer bezahlt ist richtiger es tut noch tatsächlich leid es tut mir auch wirklich leid doch ich schwöre es tut mir wirklich leid ich habe ich habe mit mir gehadert aber weil du mir den stern geklaut dass obwohl ich nicht einmal in führung war musste ich das jetzt machen konkonaut konk so schnell wie das ging hast du nicht mit dir gehadert ich meinte auf dem weg zum buch habe ich gehadert ob ich dir das antun soll oder nicht ich habe nicht gesagt ich habe beim buch gehadert ich habe kurz davor so überlegt soll ich soll ich nicht soll ich soll ich nicht dann habe ich gesehen ah ich mache es besonders wenn du gesagt hast blöd dass ich vor dir komme das heißt du hättest mir schon wieder reingeschissen was ist da doch ich weiß ich bin ganz glücklich gewaschen ist nicht für neue sachen nein herr war für farbe nein perlweiß okay das schon eher ich habe kein einziges item die ganze zeit benutzt nicht gehabt und nicht benutzt nicht nice eigentlich nutzt doch dein item jetzt ist spät wie viel schneller kommt schon ok nevermind sein betrug ich war einfach viel zu schnell mit a drücken ja 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 natürlich kriegt die depperte noch ein stern ich wäre jetzt bei 4 oh mein gott war das lucky aber großes aber wenigstens die pipe ist wenigstens wie die lampe damals und nicht wie die vorherige pipe das muss ich ihnen lassen das haben sie wenigstens gut gemacht dass man nicht auch noch für die goldene pipe gleich den stern auch in den oasch geschoben bekommt das ist aus 2 natürlich irgendwie hasse ich alle zwei spiele ja 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 ich habe verloren ich habe verloren ich habe schon gesagt dass ich dieses spiel hasse das ist ein dummes game absolut dummes minigame ja 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 Und Alex ist draußen. Jesse gegen Destro. Und Jesse hat verloren. Okay. Der erste Bonus ist Längst nicht drücken! Könnt ihr bitte... Nicht spammen. Ich würde gerne lesen, was das gerade war. Für die meisten Items benutzt. Für die meisten Items gekauft. Items. Slowpoke. Moved less than anyone else. Nicht ich. Ey! Und trotzdem hat Alex gewonnen. Ich finde es scheiße, dass im modernen nur zwei Bonussterne sind, anstatt drei. Das finde ich echt schade. Bei dem anderen kriegst du drei und es sind immer dieselben drei beim Klassischen. Und beim modernen warum sind es da nur zwei? First place. I had to know you were in Alberta. Congratulations. I had to guess I'm winning strategies of coming out on top in minigames. Was I am in second? It gave all and came really close. You collected more coins than anyone else. Your wallet is bursting. I can game third. Great work all the way to the end. Du musst drücken, drehst du. Switch down the start location like it was no one of this business. Four place Yoshi you stuck it through to the very end. Bessie. Die meisten Sterne artig. Die meisten Coins. Oh shit. Das war sogar relativ knapp. Number of minigames. Coins collected. Oh shit. Da hat sogar Alex gewonnen. In blocks. Items bought. Und Items used. Alex. Number of spaces moved. Oh. Das war knapp zwischen mir und Jesse. Blue spaces. Red spaces. Item spaces. Oh. Da hat sogar Dester die meisten Events gehabt. Da hätte er sogar was gewonnen. Lucky spaces. Bowser spaces. Versus. Number of stickers used. Alex mit 83. Alex du spammst ein bisschen viel. Ja das Spiel hat ziemlich viele Änderungen gehabt. Used most items. Okay das hat Börder bekommen. Oh mein Gott. Zwischen mir und Destro waren zwei Münzen Unterschied. Wegen zwei Münzen. Holy fuck. Nice. Nice. Dis Destro. Ein Spiel. Level 10. Das erklärt die level. Ja. star collect the staffer in the coin finder cheap chomp trainer whatever you aren't coins and my party level points in sport or do you want characters to change 321 ich habe keine beschwerden und gar nichts gehört also spielen wir let's do a party space lands mario potty dos es ist 23 uhr ja wow ganz oben oder rechts oben da wird ein bisschen dauern bis wir da hinkommen aber man kann sagen das internet ist stabiler als bei maker wo ist das internet nicht stabiler als bei maker sogar smash internet ist stabiler als bei maker und das ist schon eine riesen aussage der ist so wurde von alex gefickt mit strap fängt schon mal gut an also theoretisch hast du minus 1 gewürfelt fair enough dread carefully alles das vorhin dass wir das entlang gehen das part what the fuck mario war die zwei warum bin ich golden ich mag die goldene fahrt aus draven kann man auch okay aus Wow. Nein, oh come on, f**k. Hast solche Spieler mit Panzer im Gehirn verboten, warum das denn? Ich finde es ganz in Ordnung, das war schon im Spiel grenzwertig. Ich finde es ganz cool, finde ich einfach nicht gut in den Panzer zu fahren. Stimmt, Sniffids gibt es ja auch, die könnten auch noch ins Spiel eingebaut werden, also in Mario Golf. Ich finde es traurig, dass sie das aus Sniffids eigentlich mehr oder minder Shy Guys gemacht haben. Die haben keine eigene Identität, sie haben sogar dieselben Geräusche wie Shy Guys. Das machen die hier eigentlich, wenn ein Thwomp dich jagt mit dem Auto, dann jagt er dich weniger weit weg. Wir haben die Map schon auf Mario Party 2 gespielt, aber ich kann mich grad nicht mehr genau erinnern, wie es funktioniert hat. Stimmt, die Bank ist auch da. Stimmt. Die Bank ist auch etwas, was ich schlecht finde. Sie haben nämlich runtergesetzt von 5 Münzen auf 3 Münzen. Verstehe ich nicht, warum. Vor allem, man wird eh schon mit Münzen überhäuft und dann verringern sie auch noch... Okay. Das haben sie grafisch ordentlich gepimpt. Das haben sie grafisch hart gepimpt. Das schaut gut aus, das Spiel. Shit. Nice. Ist das 1 oder 3 gewesen? Ich hab fast das von 3. 3. Auch wenn es im 3er ist, ich bin kein Riesenfeind von diesem Minispiel gewesen. Der Ding... Dieser... Dieser Boulder-Werfer, der steuert sich nämlich echt schlecht. Ha! Ja. Ja. kann ich leben das war das mit den hotheads nicht heute sondern mit den wie auch immer die blauen flammen heißen auch sind sogar rot jetzt ist man dumping flames wie auch immer das ist meine partie 1 wo oh Oh, da lag, holy shit. Oh, da lag, holy shit. Ja. Ja. Dein Internet sollte definitiv nichts. Also meins ist auch nicht der CT rechts unten. Mein Internet ist immer foh. Wie wir uns alle nicht auseinander bewegen, sondern wirklich alle in einem Klumpen uns bewegen. Oh, ich muss doch mein Ding bewegen, die Farbquelle. Merke ich grad. Da sieht man die Sterne nicht grad. Danke für eure Kooperation. Als ob man eine Wahl hätte, als nicht zu zahlen. Also zahlen. Skeleton Key, das könnte gut werden. Ja. 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 Hahahaha Generalschlüssel, wenn es die Übersetzung teilweise weird Slot-Kaderby, oh! Das ist DOS das Lieblingsgame, glaub ich Ich mag das nicht... Oh, BAYER schaut ganz gut aus Oh 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 Shit Du verstehst das Spiel nicht? Du musst einfach nur nach vorne drücken oder den Stick loslassen, damit du langsamer wirst Also nach vorne Gas geben, nach hinten langsamer werden Wenn du zu viel Gas gibst und zu viel schwenkst und trotzdem noch Gas gibst, dann drehst du dich ein Das heißt, wenn du die Kurven fährst, musst du ein bisschen langsamer werden, weil du sonst quasi aus den Kurven fliegst oder dich eindrehst halt Nein, 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 nur nach vorne drücken, nur nach vorne drücken Oh wow, schon überholt Ich bin sie eingeholt Du kannst die anderen rauskicken Ja, wenn du die anderen überholst, dann kickst du sie raus Aber um sie zu überholen, dann musst du wirklich... Dann muss der andere wirklich schon arg langsam sein, dass du ihn einholst Oder halt viel verkacken Oder halt viel verkacken Nice, ne neun Machst du das mit Absicht, Jesse? Danke Ich verstehe nicht, warum doppelte Minik heißt es Ich mag das nicht Ich mag das nicht Doppelte Punkt Äh, doppelte Dungeon Dash A Rechts Links 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 Es geht um doppelte Punkte, Jesse. Wir müssen das gewinnen. Wir müssen das gewinnen. Okay. Macht nichts. Das müsste aus dem zweiten Teil sein. Oh, nice Coins. Ah, diese doppelten Coins, das verstehe ich nicht. Das finde ich unerdeck. Winner, winner, chicken dinner. Er hat das beste rausbekommen, was er hätte bekommen können. Neun. Ja, Alex hat den Stern. Egal wie viel man in Führung geht, im Endeffekt wird man trotzdem gefickt. Es ist unfassbar. So eine Scheiße. Ich werde gefickt, ja. Aber nicht das gute gefickt. Musst du auch noch dazu sehen. Jetzt bin ich genau farsch. Schade. Party. Wenn ich die richtige Emuins Kombination habe. Schade. 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 gebiet ich mag das ding nicht ich mochte dieses spiel noch nie das ist nicht ein gebiet aber im letzten mal hast du uns da zerstört oder war das bei dem anderen bei dem uns zu uns zerstört hast nach oben ist instant drop gut zu wissen das ist heute gespielt schlecht das ist schlecht das ist ok shit Nein! Fuck my life, ich hab's voll verschissen. Ja, komm, leck mich doch am Arsch. Alles gut, alles in Ordnung. Nein, drei Punkte, nein, scheiße, Dreck. Ah, fuck. So nah und doch so fern. So nah und doch so fern. Äh, nö, 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 nö. Oh, wow. Das ist doch scheiße. Sie gibt extra viel Geld aus, damit sie ja nichts verlieren kann. So ne Freche. Aber nett deppert eigentlich, eigentlich ziemlich klug. Er hat mich durchschaut. Ja, natürlich durchschau ich dich. Hm. Damit kann ich leben. Rockin' Raceway. Ich glaub, das ist das mit den, äh, Booten? Nein. Oh, das ist das. Das ist das mit den, äh, Booten. Ich hab' nur ich gerade dann solche Lags. Ja, bei mir ist nix lagy gewesen, Gott. Das ist das mit den, äh, Booten. Das ist das mit den, äh, Booten. Oh, und da holtest du dich ein in den letzten Metern. Schade. Oh, das war orschknapp. Oh, das war orschknapp zwischen euch beiden. Also es juckt doch eh nichts. Hast du jetzt schon aufgegeben? Hast du jetzt schon kein Bock mehr, oder was? Ich bewege mich null vorwärts. Nein, ist es nicht. Zweiter und dritter Platz kriegen noch, äh, Coins. Vierter Platz kriegt gar nichts. Als zweiter Platz kriegst du mehr als als dritten Platz. Pick up letters falling from the sky and give them to the shy guy. Mario Party 6. Ich wollte gerade sagen, ich kenne das genau gar nicht. Okay, das schaut aus wie ein nerviges Game. Okay. 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 So, das ist meiner Meinung nach ist es wurscht. Es ist wurscht, ob du... Gut, in dem Fall sind es nur, äh... Zwischen 4 Coins und 3 Coins gewesen. Ja! Wenn es dann um 50 oder um 100 Coins geht, dann kriegst du als erster Platz 70, als zweiter Platz kriegst du 25 und als dritter Platz kriegst du 5 Coins. Da ist es nicht wurscht, ob du zweiter oder dritter Platz bist. Und wer diese Scheiße erfunden hat, gehört an den Eiern oder an den Eierstöcken aufgehängt. Nicht das beste Game bis jetzt, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meintest. Ich bin auch kein Fan davon. Das war Mario Party 6. Mario Party 6 war Wii? Das war Wii. Das war noch GameCube. Holy shit, okay. Ist es ab 7 bei Wii? 7 ist auch noch GameCube. Das heißt, 4, 5, 6, 7. Es gab vier Mario Partys auf dem GameCube. Ja, was macht man mit Maximal-Münzen? Sehe ich goldene Pipes kaufen, ja. Nicht deppert. 3 noch bis zum Stern. Äh, 8 noch bis zum Stern. Der Destro könnte Alex jetzt den Stern vor der Nase wegnehmen. Oh, du hast keine 3 Coins? Ich nehme dir trotzdem noch die letzten Coins. Fuck you. Hallo, Jesse. Ich habe immer noch kein einziges Item gehabt. Oh shit, 10. Und 12 bis zum Stern. So eine Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich kann nur spekulieren. Geht es sich aus für Alex, dass sie durchkommt? Bugsquare. Wird Destro die Pipe benutzen? Ah, das. Das ist ein cooles Spiel. Das mache ich. Das ist 4, ja. Das Spiel mag ich. Das Spiel mag ich. Das ist 4,5. Das ist 5,4. Das ist 5,5. Das ist das. Ja komm, ja komm, das war unmöglich. Das war unmöglich, das ist cool, ich mag das auch voll gerne. Das war aber unmöglich zu schaffen. Juhu! Okay, ich hab eher Banjo nachgemacht als... Ach, fick dich Destro, ich hasse dich. Aber wäre besser du kriegst es als Alex. Ich hätte nach oben gehen sollen, da wäre die Chance größer, dass ich es irgendwo abfangen kann. Was soll das denn heißen? Das soll heißen, du hast schon einen Stern und jetzt hast du auch einen Stern, anstatt dass du zwei hast und er null. Weil mit einem Stern kann ich dich noch einholen, wenn du zwei Sterne hast, ist es schon schwieriger dich einzuholen. Fuck you! Okay, da wäre ich so nicht hingekommen. Der Stern gehört auch Alex. Mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Du kaufst noch eine Golden Pipe. So, dass das keiner böse mag. Jaja, wieder alle gegen dich. Ja schon. Ich gewinne ja nie bei Mario Party. Du hast vorhin erst gewonnen, was willst du noch? Na, Alter? Das ist ne freche, das für dich jetzt nur noch 10 kostet. ICH. Nice. All right, oh. Ah. Na, damit kann ich leben. Normalerweise hasse ich das, aber ich sehe in dem Fall keinen anderen Weg. Oh nein, das ist Mario Party 2, das mit dem Ding, oder? Ich hasse dieses Spiel. Das Spiel ist einfach schlecht. Und sie haben es noch schlechter, also sie haben es schlecht mitgenommen einfach. Nicht noch schlechter, sie haben es aber schlecht mitgenommen. Ich habe nichts dazu sagen, da ich es nicht gesehen habe. Und grüß dich so, oder? It's a tie. Jetzt kriegen alle 10 Münzen in den Arsch geschoben. Erklär mir das jetzt jemand! Warum haben die jetzt hier keine Münzen? Bei normalen TIE kriegt man alle 10, jetzt kriegen plötzlich nicht alle. Warum ist das so inkonsistent, das Spiel? Ich verstehe es nicht. Weck mich. Ich höre mich auf, aufzuregen. Ich höre mich auf, aufzuregen. Ich finde es witzig, dass man... Ich weiß nicht, ob es allgemein in Europa so ist, aber in Australien können sie Spiele jederzeit zurückgehen, wenn sie ihnen nicht taugt. Das Spiel haben sie geändert. Bei Amazon kannst du es, glaube ich, eben nicht zurückgeben. Spiele sind, glaube ich, bei Amazon vom Umtausch ausgeschlossen, außer es ist halt, wenn es defekt ist, wenn es tatsächlich einen physischen defekt hat. Jesse, ich würde nicht... Achso, du kommst dich so weg. Dich erwischt sie nicht. Ich glaube nämlich, dass der Stahl von rechts oben nach links unten schießt. Doch, gerade dort wegen 14 Tage. Weißt du, warum ich glaube, dass es nicht so ist? Weil du bei Switch-Spielen dir Punkte einholen kannst. Aber ich stehe keinen. Mein erstes Item, das ich verwende, seit zweieinhalb Stunden. Nicht zwei. Das ist gut. Das ist ganz woanders. Das war ein guter Zug. Ach no, nicht schon wieder. Oh shit. Das ist scheiße. Was ist jetzt? Ja, wie move ich schneller? Okay, das Minigame ist unfair. Achso, Mario Party 2. Natürlich ist es scheiße. Und sie kriegt dann auch noch die doppelten Münzen in den Arsch geschoben. Das ist nur unfair. Das ist nur unfair. Jetzt kann ich mich plötzlich mehr bewegen als vorhin. Aber das ist in dem Fall tatsächlich sogar gut für uns. Nein. Okay. Das war für uns tatsächlich wesentlich besser. Ist wurscht, dass du trotzdem die Coins kriegst. Du kriegst trotzdem die Coins. So. Wo wir wieder beim Thema wären. Man kriegt viel zu viele Münzen nachgeschmissen. Viel zu viele. Scheiße, ich hätte doch die goldene Pipe nehmen sollen. Kriegst du jetzt eine goldene Pipe, oder? Was ist hier ein Block-Card? Achso, du kannst einen Hidden Block einfach so aufrufen. Oh, du hast den Chance auf einen Gratis-Stern. Falls es überhaupt Gratis-Sterne gibt bei Hidden Blocks. Das haben wir immer noch nicht konfirmt, ob dem so ist oder nicht. Oh, in den letzten fünf Runden kostet die Bank fünf Kronen so nicht mehr. Scheiße, das ist eine goldene Pipe. Ich hab's vergessen. Das ist natürlich geschissen, grüßen. Das ist natürlich geschissen, grüßen. Diese Map kannst du ohne Pipe gar nicht spielen. Ich verstehe nicht, warum die Map nur zwei Sterne hat. Dabei ist sie auch meiner Meinung nach extrem verschachtelt aufgebaut. Und er kriegt's direkt vor sich hin nochmal. Wow! Wow, und kann auch noch Münzen klauen. Das ist so scheiße. Ich hasse diese Map. 16 Münzen. Okay, meine Taktik da war nicht klug. Nächstes Mal mach ich's anders. Du hast grad eine Glückssträhne. Es ist ja unglaublich. Oh, wow. Und dann auch noch das Free-Minigame. Hauptsache, ich krieg das RNG-Minigame. Aber Alex wird wahrscheinlich jetzt sich eine goldene Pipe holen. Oder es ihm vor die Nase wegschnappen. Bei so vielen Münzen im Umlauf hauen jetzt alle das Geld raus für die goldene Pipes. Damit man, wie du so schön gesagt hast, Jesse, irgendwie an die Sterne kommt. Hallo! Bin gespannt. Okay, es sind nur Münzen. Ich finde, eigentlich sind das gar nicht so viele Sterne. Selbst die RNG sind ja hier leider schon Ramschware. Hat sich gelohnt, ja. Ah, du hattest ne Chance auf nen Stern, glaube ich. Ja, Alex, das hängt von zu vielen Faktoren ab. Das hängt halt ab von, erstens der Map. Zweitens hängt es davon ab, wo die Sterne RNG hinkommen. Und es ist gut, dass es nicht so viele Sterne sind, weil das ist wie früher. Wie früher geht es darum, wer... Oh, Duell. Geht es darum, wer die paar wenigen Sterne hat. Und nicht, wer hat mehr Sterne. Der eine hat 20, der andere hat 25, der andere hat 40. Der ist in Zockerlärme. Der ist in Zockerlärme. Nicht hasse, was das Ding ist, weil... Ich weiß, dass du es hast, aber deswegen wundere ich mich, warum hast du 5 genommen und nicht einfach 1. Deswegen sage ich, warum, dass du in Zockerlärme bist. Ich weiß, was du in Zockerlärme bist. Ich weiß, was du in Zockerlärme bist. 26. Ist mir zu riskant. Geht sich nicht aus. Da müsste ich 3 Mal eine fette Zahl würfeln. Das geht aber nicht. Man sieht, wo die Sterne spawnen. Ja, man sieht die Spawnpunkte. Du weißt nicht, wo genau. Nice Münzen, ja? Du weißt nicht, wo genau sie spawnen. Aber sie haben fixe Spawnplätze. Haben sie früher auch schon immer gehabt. Wir müssen Destro zerstören. Nicht Spotlight Swim. Was ist Tackle Take da nochmal? Nein, das kenne ich nicht. Milo Party 9, off we. Solar side, run the bot to the endzone. Team side, tackle the runner. We tackled, man. Ach so, okay, ich sehe es gut. So am bullshit. Ah, das schaut nach einem coolen Game aus. Oh. Oh, nur einmal? Ich glaube, das muss man öfter machen. Okay, das war ein ziemlich schnelles Game. Tada! Jetzt hat der Destro die 10 rein. Oh, er hat Doppelwürfel. Ne, das ist ja das Dumme. Ich glaube, ich glaube, ich habe 9 gespielt. Das war das mit dem Fahrzeug, oder? Oder war 10 mit dem Fahrzeug? Ich weiß es nicht mehr. Geht sich für ihn aus, oder? Es geht sich locker aus. Wow. Jesse könnte eigentlich oben zu Boo gehen und einen Stern klauen und zusätzlich sich einen Stern holen. Kann es ernsthaft sein? Ist die schon wieder bei dir am Weg? Der Stern ist schon wieder bei dir am Weg. Alter, wie? Okay. Denke ich mir. Alex wird sich's schnappen. Aber holy shit. Das war gerade echt absolut eine Lucky Streak. Wären die Golden Pipes nicht gewesen. Sind trotzdem viel zu viele Münzen im Umlauf. Das sind 100, 200, fast 300 Münzen im Umlauf. Das ist viel zu viel. Das ist straight up viel zu viel. Oh no, die liegt so gut. Alter, Alex hätte fast in einer Runde zwei Sterne gemacht. Ich finde es witzig, dass wir die Keys werblich gemacht haben. ich an deiner Stätte hätte wer runtergegangen hätte mir den Boo mitgenommen. muss es nicht anders rum, weil Key ins Loch. So gesehen, ja. So gesehen, ja, Alex. das ist richtig. Und jetzt ganz links oben, damit ich ja nicht reinkommen kann. mit Ansage. Mit Ansage. Das Spiel verurscht mich schon wieder. Warum bist du nach oben gegangen? Es gibt auch Frauen mit Penis. Jess ist auch gerade in der Glücksträhne. holly shit. Nicht deswegen, nicht deswegen. allgemein dass ein eine golden pipe bei dem mini spiel ist deswegen meinte ich glücksträhne dass das eine skill war das weiß ich schon glücksträhne eben dass das eine golden pipe dabei war bei dem mini spiel trace race okay gott das ist eine katastrophe ich hasse es dass ich die ganze zeit gelbgold bin oh shit die lags man warum art alex penis es ist alex frage beantwortet drei runden noch noch sind viele sachen offen ein schwager hat sich rechtzeitig noch gemeldet auch drei minuten das drei minuten noch geburtstag ja es ging sich noch knapp aus habe ich von meinem handy kein backup irgendwo irgendwie habe ich nicht das ist verkackt alex aber ich muss die c-c-cabry hier ich muss die c-c-cabry hier sorry dafür wo habe ich den chancin abgelegt dann kann ich dich wieder abstecken Schöne gang das habe ich eh verloren das spiel so So, grad nen Stern geklaut. Besser wird das noch gewinnen. Oh, Münzen. Ah, das ist nicht genug Geld für nen Stern. Das ist viel zu laut. So, da hast du den Bananasound. Das ist immer noch viel zu laut. Und es ist auf 15% unten. Das heißt, wir machen 5%. 22 bis zum Stern geht sich never aus. Damit war's das. Es musste eins kommen. Es muss einfach ne verschissene eins kommen. Das ist so ne Scheiße. Wer auch immer im Weg steht, der wird gar keine Münzen mehr haben. Warum kann ich das nicht skippen? Ah, das geht doch. Gute Lautstärke oder noch leiser? Gib mir irgendein Custom Dice. Ha, das ist nur keine Münzen. Was will ich mit noch mehr Münzen? Ich hab schon 131. Ich will nicht mehr. Wenn das so laut bleibt, muss meiner aber definitiv lauter. Pushy Penguins. Das mach ich jetzt schon nicht. Es ist ja nicht ihr Custom. Es ist ja für jeden. Ich will nicht mehr reich sein, warum ich so reich. Ja. Meine Party 5. In dem Fall ist es richtig. In dem Fall will ich nicht noch reicher sein, als ich eh schon bin. Du benutzt ihn doch eh nie. Aber so wie du ihn haben wolltest, hat er halt absolut alles maximalst übertönt. Ich bin tot. Shit. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, aber... Nein! Der Leck! Der Leck! Ach komm schon! Der Leck! Das ist so behindert. Oh fuck you. Das nervt mich, wenn ich wegen einem Leck ein Spiel verliere. Das nervt. Der Leck! Der Leck! Nur... wird macht euch. Das fühle ich behaviors. Das fühlen! Ich verstehe die Tipp. Wir kochen ganz gut, oder? Wir verlieren Sie can 5, 3 mal gucken. Wir bellenي- Wo wirst dieUP! Was Cheубли doch auch sind zu Ihren ! Es war ich umèmes Bl dock! Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das war's. Das heißt, ich bin... Genau 10. Genau die 10. Das heißt, ich bin dead last. Ich werde nachschauen, wie oft du ihn in letzter Zeit genutzt hast, weil du gemeint hast, du nutzt ihn öfter. Ich werde ganz genau nachschauen, wie oft du ihn genutzt hast. Ganz genau. Und werde mir extra ein Chartboard zum Flipboard hierher holen und dann werde ich mit einem grünen Stift eine Stricherliste führen. Danke, dass ich wenigstens noch einen Stern kriegen darf. Ich habe zu früh geschrien. Ich werde zwei kacken. Ich werde zwei kacken. Ja. Kommt noch mal drei am besten. Ah, danke. Danke. Du hast nicht mal einen grünen Stift? Doch. Bitte geh dich bis zum Shop aus. Bitte, dass ich bis zum Shop ausgehebe. 1, 2, 3. Ja. Der Shop geht sich aus. Ja. Das ist gut. Oh, bin ich froh. Da, grüner Stift. Du siehst durch ihn durch. Ist grün. Was ist das? Watch the boxes if they get x-rayed to see what's inside. Try to open boxes with coins in them. Oh, shit. Das ist cool. Okay. Okay. Was ich vorgelesen habe, du hast den Scanner nicht gesehen. Hast du einfach random alles geöffnet, oder was? Das ist was mir zur Verfügung. Start. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Wallet. Wow. Yeah. Wow. 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 Bye. Ich habe alle erwischt. Das ist ein ziemlich cooles Minigame, das gefällt mir. Das finde ich echt cool. Final turn. Ich finde es schade, dass sie es mehr oder minder zur selben Zeit entwickelt haben. Aber hier haben sie Donkey Kong einfach ums 10-fache schöner hinbekommen als in Golf. Und ich weiß nicht warum. 10 Sekunden erster. Immerhin 10 Sekunden lang gewesen. Dafür, dass es dir am Anfang absolut wurscht war, alles, warst du kurzzeitig Erste. Ich will meine Partie nie mit 100% auf Gewinn gehen. Ich finde das random Zeug viel witziger. Ich nicht so. Alter, wir jetzt alle eine 10 raushauen. Ich habe gesagt, dass du findest, random Zeug viel wichsiger. Viel witziger hat Alex einfach random genommen. Die KS-Animationen sind Mördergut, ja. Die KS-Animationen sind wirklich Mördergut. Wo ist überhaupt der Stern? Ich habe gar nicht geschaut, wo der Stern ist. Alex versucht, Yoshi abzuschießen. Aber es geht sich nicht aus, als ihr... Letzter Turn. Gibt's keins, denke ich mir, ja. Wäre komisch, wenn sie das noch zugelassen hätten. Double Nice! Siehst, Jess ist schon wieder Erster. 17 bis zum Stern. 7 und 10. Okay. Es funktionieren können. Geld. 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 Ich denke, das ist ein bisschen besser. dankeschön los nach unten gehen nach unten waren da nur noch unten hat es mir ruhig doch einen stern geben können ich habe irgendwie vergessen, dass da ein Buu ist. Ich habe das komplett vergessen ich bin ein Idiot. Ich bin richtig ein Idiot. Wenn ich aufs Glückfeld gegangen hätte ich mindestens sieben bekommen Hey, ich habe random gemacht. Du kannst es mir nicht veröffentlichen, ich habe random gemacht. Du wirst mir doch nichts vor. Du hast mir nur 22 mal einen Mittlerfinger gezeigt. Was ist das für ein Spiel? Du musst B-spammen, damit du mir den Weg aufmachst, damit ich wieder dir den Weg aufmache. Mario Part 4 ist ein ziemlich saucooles Spiel eigentlich. Und vorne ist es dann dasselbe mit Y. Es ist quasi ein Escape Room. Der Leck! Der Leck! So, jetzt musst du da vorne Y drücken und warten, dass ich dann aufs Ding draufkomme. Oh shit! Dreh weiter, dreh weiter! Ich komme so mit dem zweiten nicht rüber! Ffic! Wie springt man? Mit A springt man! Dreh, 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 dreh! Neions! Ich spiel zu viel SMW. Zuerst springen, dann bewegen. Oh wow! Lass ich das so verkacke, es tut mir so leid. Nein! Spring um! Spring, spring, spring! Mit A! Zuerst springen, dann bewegen! Zuerst springen, dann bewegen! Nice! So, geht du als erstes? Die richtige Röhre finden! Ja, ja, komm zu mir, komm zu mir! Ja! 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 wir haben doch alle ausprobiert ich nicht wirklich die meisten felder und die wenigsten felder jesse glaube ich oder donkey donkey ja dann schon den mag ich finde den folk der ist richtig cool gemacht die 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 und ich die meisten sterne geholt die meisten münzen ich die meisten minigame münzen ich jeden block sich namens auf items ich habe drei stücke kauft item benutzt das war das wäre da wir hatten bei den stern bekommen um vier felder habe ich dich überholt um vier felder habe ich dich überholt holy shit das war knapp fast hättest du den stern cup jesse items 4 jeder 1 nur ich nicht hier viel lucky wer ist es einmal jesse einmal cooper bank 28 stickers ja da bist du immer führende hey aber ich war zweiten stickers so bevor wir jetzt noch die letzte runde spielen falls ihr überhaupt wollte ich muss richtig dringend pissen und dann können wir doch die eine letzte runde machen alter verwalter das sind viele level so du spielst morgen weiter okay wenn du morgen weiter spielst dann return to square so bis gleich dann schwarzen punkt dann lila einen punkt ja drauflegen klingt gut aber du musst sie ja nicht komplett lassen einfach so liegen und das war ja das ist sicher so du kriegst das ist sicher ein punkt schlitter für dich weil es gibt kein chocolate pudding mehr weil du alle gefressen hast das ist nicht eklig danke basti für deinen follow einen follower mehr dankeschön willkommen bei den bekloppten du kranker bastard du absolut kranker bastard ausg That coin ship killed off of Ra Posken I guess i'll remove the coin ship Cash die 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 Haute Musik Badabada WHAAAT? Wobei diese On-Off-Beziehung habe ich hinten mit allem Rizards Spielen. NOOOOO! Nice. Nice. Anja? Thank you! For saving! So, I'm the first one. It's a bad one. Was war das jetzt? Hello! Wo kam der her? Hehehehehe! Hehehehehe! So! So! Ja klar wollen wir dich dabei haben. Mr. Drakey. Boy. Drakey McDrake. Gestern nur eine 20er Runde mit NPC aus of X7. Heute 30er, 20er und 25er. Holy shit! Wir haben zwei 15er Runden gemacht. Hehehe! Maybe you need to go online first. Warum bin ich in Offline-Play? Was soll die Scheiße? Friends. Auf geht's, ab geht's! Und... So findest du das geil. Ich habe meine Probleme mit dem Spiel. Äh, Bingard kurz raus und jetzt habe ich weniger Level. Oh wow. Okay. Ich habe auf die Level gar nicht geschaut. Oh shit! Der Startscreen ist anders. Bei dir auch auf 13 zurück. Vielleicht gibt's... Vielleicht gibt's Online und Offline Level. Ich bin Level 22. Ich habe nicht aufgepasst, was vorhin stand. Ich habe so ein paar Probleme mit dem Spiel, aber overall es macht mir Spaß und es freut mich, dass sie äh... fast zur Gänze zurück zum Original gekommen sind. Macht mir echt Spaß. Ich kaum meckere noch hohem Niveau. Ich würde jetzt nicht meckern auf hohem Niveau. Ich bin ein Meckerer. Ich sage nicht, dass ich nie meckere. Aber du hast selber auch geschrieben, da stimme ich dir absolut zu. Wesentlich weniger Glücksfelder. Die Glücksfelder halbieren. Es gibt zu wenig Rotefelder. Es gibt viel zu viele Münzen im Spiel. Man kriegt die Münzen regelrecht nachgeworfen. Itempreise höher. Ich finde nicht, dass sie die Itempreise höher machen, wenn sie die gesamten Münzen einfach niedriger halten. Ich finde es auch scheiße, dass man ein Minispiel verliert und trotzdem Geld kriegt. Also Münzen kriegt. Das sollte nicht so sein. Also meine Meinung dazu halt. Das sind aber auch die gröbsten Mankos, die ich zum Spiel habe. Das andere Manko ist eine Kleinigkeit, wenn sie die Animationen bzw. die Texte beschleunigen würden, wäre ich happy. Aber das war es auch schon. Und Mario Party 2 könnten sie ganz aus dem Spiel entfernen. Also die Minispiele. Nein. Ohne die Massenglücksfelder wäre es ausgeglichener. Das kann natürlich sein, dass es dann ausgeglichener wäre. Nein! Danke. Oh, man kann zurückgehen. Oh, danke, dass ihr gelernt habt. Danke, dass ihr das aus 1 gelernt habt. Halleluja. Ah, jetzt ist Jesse nicht mehr Yoshi. Stimmt. Äh, Birthday Cake. 15, zack, 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 zack. Let's go. Jetzt muss ich mich umgewöhnen. Aber gut, du bist trotzdem grün geblieben. Du darfst jetzt nur nicht auf ihn schauen. Ich wette, du wirst auf ihn schauen. Oh, beim Original war auch Wario aufm Kuchen. Okay. Siehst, das wusste ich gar nicht mehr. Birthday ist vorbei. Scheiße, stimmt. Wir hätten zuerst die Birthday Map spielen müssen. Dann habe ich gar nicht gedacht. Jesse hatte Geburtstag, ja. Seit Mitternacht halt nicht mehr. Ich bin verdammt dazu, als letzter zu spielen. Stimmt, wir hätten zuerst die Birthday. Ich habe vergessen, dass die Birthday Map da ist. Ich habe es vergessen. Mal sorry. Das habe ich echt ein schlechtes Gewissen. Sorry. Das habe ich echt ein schlechtes Gewissen. Oh, TikTok hast du dir neue Dinger gekauft. Ja, nach der Runde werde ich mal schauen, was es im Shop-Saal gibt zum Holen. Oh, und er hat schon den ersten. Der kleine Cloud Münzen, der große Cloud Sterne? War das so? Yes! Daisy! Daisy! So wenig ich sie mochte, jetzt mag ich sie wesentlich lieber als Peach. Let's go! Okay, das geht. Nein, das geht nicht! Was? Ach komm schon! Gleich eine erste Runde. Sechs! Sechs Münzen! Leck mich! Eisring Risk! Oh, das kenne ich! Da kommen immer mehr. Jesse, du bist Luigi. Jesse, du bist Luigi. Jesse, du bist Luigi. 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 Ja, natürlich genau auf meine Schädel gefahren. Yes! Da-da! Bam! Hau deine 10 raus. Aber hier ist es definitiv von Vorteil. schnell die Runden zu machen. Sie haben sein Model und auch die Stimme echt von Luigi's Mansion 3 übernommen. Sind es witzig, dass der Patrol vibriert, wenn jemand über einen trampelt? Ja! Ein gut gemachtes, keines Detail. Dieser Drake lackt gerade so ab mit diesen Münzen. Das ist ja unfassbar. Zehn! Zehn Münzen! 15! Fang ich, nicht es. ich habe schon mal die Runden! 50! Und den Ja, ich habe ausgesucht, das ist das beste Item. Ah, dieser Custom Block ist einfach der beste! Das ist natürlich das beste Item, das man ziehen kann! Wauw! Let's go! Ich will nicht hinter Vardor stehen, die Gefahr ist so groß, dass er furzt. 2 gegen 2. Okay, 4. Castaways. What goes up? Marapati 6 kenne ich nichts. Jump on paracruppers to reach the breathtaking heights. Whoever reaches the height... Ach so. Okay. Oh mein Gott. Das ist janky as fuck. Okay, Deepad benutzt natürlich nichts. Warum hat Nintendo dauernd irgendwas gegen Deepad? Oh. Okay, die Beweglichen bewegen sich nicht, sobald man auf ihnen draufsteht. Nein. 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 Nice. Seht mal, wie viel Mario ich gespielt habe. Warst du letzt oder was? Du hast 16 Meter gehabt, okay. Naja, das hat nicht viel mit Mario spielen zu tun, das hat eher was mit Jump and Runs spielen zu tun. Weil die Physik hier ist einfach ganz was anderes. Ich? Ich hatte 102. Ja. Das hat sich nicht. Ich hatte 103. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 4. 6. 6. 6. die karte das ist auch so eine kleinigkeit die haben sie echt gut gemacht also dass die anderen leute das zu sehen dass karte was wieder deine alles ausgeben strategie die pflanzen die pflanzen pflanzen war scheinbar eine ziemlich erfolgreiche strategie von drake mein er hat die münzen ja von mir und die ja insgesamt abbekommen beziehungsweise abgegriffen genau wird schon eine gute begründung haben warum hast du nicht nur eins genommen was ist das steht das kenne ich gar nicht darf ich heute noch weiter kommen bitte ich habe keine ahnung kommt ich kannte das ding nicht das ist glaube ich neue idee auf der map ich glaube das ist im original nicht dabei ich bin mir ziemlich sicher dass es im original nicht dabei ist was ist das oder um was potting und der namen auf kumse dran bei be careful because once you decided on your account you can change ist also man muss die goombas zählen und entsprechend a drücken ok ich verstehe war maria party 9 das mit dem gemeinsamen fahrzeug dann was scheiße habe ich tatsächlich sogar gespielt und 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 So gut gemacht, Leute. Echt nice, dass alle geil sind. Jetzt muss man auch mal hinkriegen. Da wärst du scheißhaugert, bist was gut, ja? Ab so fucking gut. Mich wundert's nur gerade. Ich hab vorher nicht aufgepasst vielleicht, aber wo ist denn dieser Samenspaß? Du müsstest doch eigentlich, äh, ja, der Samen fehlt. Sie haben die Map vereinfacht und simplifiziert. Oder umgeändert. Oder kommen die Samen jetzt mittlerweile nach dem Stern? Einmal hatte ich einen Lag, da hatte ich schon schießt. Wir hatten alle einen Lag. Also ich hab zum Beispiel, ich hab auch auf jeden Fall einen Lag gehabt. Nein, er kommt hier erst nach dem Stern. Oh, dann was Gute ist, du, dass du das Rufzeichen genommen hast. Du hast nämlich, äh, den Glücksfaktor hinten, bist du aus dem Weg gegangen. Und Jessie stellt mir hier 15 Fallen auf, damit ich ja nicht, äh, an ihren Pflanzen vorbeikommen kann. Das heißt, die haben die Map hier, an sich, recht stark verändert. Ja, ich seh schon. Okay. Komm schon. Oh, das ist nice. Das ist sehr nice. Double Dice. Nicht 7 Coins. Asch. Aber ja, beim Lag hab ich auch, äh, Angst gehabt, ob ich, ob's was wird oder nicht. Oh, alle gegen Jessie. Oh, shit, da hast du jetzt die Arschkarte, Jessie. Da hast du jetzt die Arschkarte. Wir müssen Ground Pounden und du musst, äh, B spammen und A drücken zum Springen. Oh, vielleicht ist es in Mario Party 1, äh, in Mario Party 1. Vielleicht ist es hier, in dem Mario Party vereinfacht wurden. In Mario Party 1 warst du als Skater ziemlich am Arsch. Ich find's witzig, dass sie hier Piet genommen haben und nicht die originale Piranha Pflanze. Oh, die Ranken halten einen auch auf. Oh, der Lag. Nein, die halten nicht auf, die helfen sogar. Ja, GG, Jessie. Oh, gut gemacht. Hast du voll gut gemacht. Ja, genau. dass sie das nicht hinfallig fand na oida warum haben sie die ks arschbacken weggelassen das finde ich scheiße da hätten sie ruhig seine arschbacken hin tun können bei der figur die ks gloria schicks aber das sind gar nicht farblich gekennzeichnet da hat er glück gehabt da hat er glück gehabt ja oh doch ein bisschen haben sie seinen arschbacken gemacht aber das ist viel zu wenig die hat asscheeks du 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 oh no ist das irgendein code für ein gratis spiel oder jetzt kann sie auch was pflanzen meine unterhose ist ein gratis spiel für manche sicher ich bin mir sicher dass für manche leute meine unterhose ein gratis spiel ist das ist eine ziemlich dicke firania pflanze ja neun wie es mir geht es ist freitag ich spiele ein neues altes mario party mir geht es so weit gut shit um eins das mal ja nichts wofür wofür die doppelten münzen ich mag das nicht nicht cast away bitte danke tipps attorney müsste ich kennen oder ah ja ok kein fan von dem spiel das ist eines der wenigen minigames beim answer die ich einfach nicht gut kann das ist ja du bist luigi ja das ist ja du bist immer noch luigi holy shit jesse hat uns komplett zerfickt das ist ja so viel langsamer ja ist es also ist das spiel ist wesentlich langsamer ist im einsatzteil 20 15 auch gut dass es nicht 20 ist nein nein das ist ein glücksspiel nein was ist das stay safe until time runs out be careful not to fall into a hole man kann sich gegenseitig schlagen das ist der clou des spiels mario party 7 nie gespielt du bist luigi jesse jesse du bist luigi du bist weegee ich bin original rumgelebt gestanden und jesse und drake springen einfach ins nichts runter du hast 11 euro von amazon zurückbekommen weil du zu viel fürs spiel gezahlt hast oder was in meinem bruder haben sie auch fünf euro mehr abgeknöpft als mir also stehen die geschichte wir gar nicht erzählt ich war ja bei mediamarkt heute und haben wir mario party für 50 euro geholt 49 49 49 ich gehe zur kasse jesse du bist dran du bist luigi 49 90 geht zur kasse er schaut hin bis er öffnen sagt halt halt bitte damit zur information gehen weil bei uns in der kasse ist es 56 99 oder 56 90 okay danke und bin hingegangen zur information zack 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 40 euro 50 euro passt und mein bruder hat es nämlich beim mediamarkt ich habe es mir vor ort geholt mein bruder hat es beim mediamarkt online bestellt mit gratis lieferung und hat 54 90 gezahlt ihm haben es einfach mal fünf euro mehr verrechnet für nix 5 6 6 7 8 6 6 7 7 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 komm schon dicker sei gut du bist dick ich bin dick wir passen zueinander ja und ich habe schönes covers hier ja weil die deutschen ja was was diese diese altersbeschränkung auf spielen angeht so behindert sind im hirn hammerdruck kennen wir alle haben wir mehr als genug gespielt wirft er auch hammer oder nicht so doch jetzt endlich das sind auch definitiv zu viele geldsecke ach shit what the fuck eigentlich heute das ist viel zu viel geld das ist viel zu viel geld das ist das was ich meine man kriegt zu viele münzen nachgeworfen dass es kann nicht sein dass ich in einem minigame 50 münzen mache hier kommt aber wieder ein wirklich wenn man unterfällt kommen wieder rein oh no 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 nein nein das hat mir noch gar nicht auch komm schon nein ich hasse es ok gut drei münzen nicht leben ist mir wurscht geht sich knapp aus ist die chance haben genervt worden müsste man schauen was alles bei der chance dabei ist noch gibt immer noch genug mit sterne wechseln stern hergeben und so weiter ok jetzt ist 50 50 jesse münz sterntausch ok 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 groß und schlank oder klein und dick durch das long boy ja alles gleichzeitig münz und sterntausch in einem wirklich oha das kenne ich noch gar nicht gut gemacht dass sie das beantwortet die frage ob es in hidden blocks sterne geben kann hat er mit einem zuschauer tauschen müssen das ist aber auch rohsch wenn du das kriegst was meinst du so meiner mamie die erbt hat äh 29 bis zum stern ja oder nein wo ist wo ist der ding 2468 oh nein 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 wir würfeln normal ich habe zwar gezählt wo acht ist aber ich habe es vergessen ok geht sich ums ohr schlecken genau aus dass ich nicht die arschkarte ziehe wenn er war 120 münzen 12 sterne 12 sterne masch pit ist es das reise im jerusalem nein das ist das mit dem riesenpilz das ist das wo ihr mich gehasst habt 50er runde finale 50 runden ok weil ich kann mir dachte 12 sterne holy shit ah es gibt sogar punch jesse ich sehe da arg schlecht wo ich drunter muss das sehe ich aber auch nicht das sehe ich auch ganz ehrlich nicht du hast zum nächsten dran josh immer mit dem arsch wackeler du wolltest den pilz klauen und hast nicht einmal abwarten können dass ich groß wäre da bist du schon raus geflogen trotz der 1 11 ist gut also mit 11 kann man leben glaube ich oder ich glaube das war arschknapp das war arschknapp das war arschknapp das war arschknapp was hättest du den stern liegen lassen ich glaube das wird mir nämlich passieren das war arschknapp ist so du kommst derzeit sehr weit voran muss ich schon sagen also 246 also ich muss über sechs haben bei zwei würfeln ist die chance sehr hoch dass ich über sechs habe der durchschnitt von zwei würfeln ist sieben. Ja! Ja! Drake nachmachen. Ist mir wurscht. Hauptsache nicht den Stern verloren. Ich gegen euch. River Raiders. Ah, das ist mit den Booten und nicht mit dem Drehen, oder? Ah, das ist schade. Ja, mit dem Drehen wäre es viel cooler gewesen mit den Shy Guys. Das geht sich nicht aus. Ich liebe das. Das Drehen ist einfach das Beste. Wie habe ich das verpasst, Alter? Oh, das Spiel haben sie fairer gemacht. Sie haben es nur halb so breit gemacht und ihr erwischt immer alles. Ah, shit. Nein, erwischt sie nicht. Ein gutes Spiel. Das ist wirklich ein gutes Spiel. Also mit 1 an hast du es heute, Draki. Wobei das ziemlich fucking gut ist. Jetzt darfst du nur keine 1 würfeln. Aber bei einer 1 kannst du sogar würfeln, ist wurscht. Das ist geschissen, du verlierst den Stern. Nein, okay, du verlierst nur Münzen. Ich wollte schon sagen, du verlierst den Stern, das wäre geschissen gewesen. Du bist der 1er König. Da kickt Draki gleich deine 10 Münzen. Daisy! 2. Immerhin 5. Oh shit, du hast nicht einmal genug Münzen. Oh, jetzt hast du die Münzen. Nevermind. Let's go! Acht? Das ist ein Lucky Felder, oder? Nein. Knapp nicht, schade. Ich hätte gerne die Lucky Felder, wenn sie schon da sind. Nicht Trace Race. Bounce and Trounce. Das kenne ich auch. Das müsste aus dem Einsatz sein, oder? 3. Ah ja, das war's. Ja, mir etwas peinlich. Hatte erste Diskussion wegen Geld. Warte, wegen Echtgeld? Warte, wegen Echtgeld? Ich dachte, wegen Münzen. Nein, es ist direkt unter mir verschwunden. Ja, GG, Jesse. Ich glaube, Jesse hat ihre Skillhose angezogen. Oh, es geht sich für Destro... Wenn ich gefehlt habe, geht sich für Destro jetzt der Stern aus. Gern geschehen. Nicht, dass ich's absichtlich gemacht hätte, aber... Trotzdem gern geschehen. Bei der Diskussion wegen Geld ist immer unangenehm. Das ist mir auch arg unangenehm. Ich mag's auch nicht. 3G-Time, 2, 4, 4 und 5 solltest du meiden. Es geht auch. Jetzt könntest du eine große Pflanze, die Sterne stiehlt. Oder eine kleine, die Münzen stiehlt. Yes! Daisy! Mein Pogodone zickte vorhin kurz rum, meinte einer, soll mir einen neuen kaufen. Hat er halt erklärt, dass ich nicht viel Geld zur Verfügung habe, und der hat's nicht kapiert. Meinte dann Donations. Ja, günstig sind sie nicht, die Pro Controller. Sie zahlen sich absolut aus, aber ich kann verstehen, wie jemand sagt, er hat halt das Geld dafür nicht. Wie zum Beispiel, wenn man Student ist. Gern, Mr. Inge? Falls du zuhörst. Ich hab während der Pause die Pyjama-Haus angezogen, bis hier hilft's wohl. Ah! Leck mich doch am Arsch! Ich will doch den Stern haben. Nein, nicht doppelte Münzen. Snow World. Dabei weiß er und Alain dann auch, dass aus der eShop-Karten oder was von meiner Amazonist sich nichts annehmen kann. Einmal wieder 40 hat gereicht. Ah, da siehst. What the fuck is das? To spin, press in order. Ich will das mal ausprobieren. Ja, ich weiß, dass du Donations nicht annehmen kannst. Ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Okay. Ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Ah, Inge, ich meinte nur, dass ich verstehen kann, wenn man sich den Pro Controller nicht leisten kann. Mehr hab ich nicht gesagt. Eigentlich. Weil Drake kann sich nicht wirklich einen Pro Controller leisten und hab nur gemeint, ja, es gibt Leute, die können sich's nicht leisten, die ganz nachvollziehen. Sie sind definitiv das Geld wert, aber sie sind auch nicht günstig. Und es gibt halt auch Leute, die das Geld nicht haben und eben auch Studenten, die sie's nicht leisten können. Da hab ich dich erwähnt. Nicht leisten können, ich meine nicht mit nicht leisten können, im Sinne von, dass man das Geld nicht hat, um es zu kaufen, sondern sich nicht leisten können, weil man mit dem Geld Besseres zu tun hat. Ich hoffe, wenn man versteht, in welche Richtung ich gehen möchte mit der Aussage. Das meine ich, ja, genau das meine ich, ja, das meine ich mit sich nicht leisten können. Wow, 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 was war das? Was war das für ein item? Was macht die Kiste? Was macht die Kiste? Eine Raubkiste? Kann man von jemand anderen Items badeln oder was? Ja, Prioritäten. Es geht einfach um Prioritäten und was man damit anfängt und wie, wo, was. Das war ein Jahr. Deswegen muss Pokémon strahlender Diamant bis Dezember oder Februar warten. Kann ich nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Und du bist ein Stern los. Du hast diese Map. Da hat jemand erst die wichtigen Sachen, die wirklich nötig sind. Ist auch erstens erwachsen und zweitens intelligent, dass man das so macht. Ich kenne genug, die arbeitslos seit Jahren arbeitslos sind und das Geld raushauen, das sie nicht haben und es sich dann von der Familie die ganze Zeit ausleihen, ohne es jemals zurückzugeben. Und zwar Monat für Monat, Jahr für Jahr. Ich habe mir das gar nicht entgehen lassen, aber dafür habe ich fast gar kein anderes Spiel gekauft. Tja, dafür gehst du jetzt zur Bowser rüber. Dann kommt ja was Liebes von meinen Josches. Darf ich mich jetzt bewegen? So, zwei Schritte. Vier. Wow. Nice. Nur nicht das mittlere. Nein, falsch. Oh shit, das habe ich gesehen. Das ist cool. Ich weiß nicht wobei. Das ist aus vier? Wann kann ich mich daran erinnern? Old A for Power Shot. Shoot. Oh wow, voll verkackt. Und wie viel müssen wir schießen? Press Kickers and try to make 10. Man muss 10 machen. Oh, das ist cool, das Spiel. Das gefällt mir. Bei mir meistens alles selbst. Und wenn es nicht sofort klappt, dann halt dann, wenn es drin ist. Ja, eh. Ich kann es nachvollziehen. etwas unfair. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Mist. Nicht schlecht. Aber wo Spiele kaufen. Ja. Ja. Sprechen Sie, Herr Inge. Okay. Kommt jetzt wieder Celeste. Ich bin vorhin. Ich bin vorhin einen Job zu haben, trotz meiner Einschränkungen. Wenn auch nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Ich habe es entziffern können. Ich habe es entziffern können. Yes. Sogar wenn er Pech hat, hat er Glück. Unglaublich. Wobei 10 Münzen bringen dir jetzt nicht unbedingt Mörder viel. Aber es ist gerade das Spiel im Angebot, was ich dich spielen lassen wollte. Aber ich kann es leider nicht verschenken, ohne dass ich die Person auf der Friendlist habe. Meinst du Celeste? Du musst Celeste meinen. Nein? Warte. Im eShop kann man gar keine Spiele verschenken. Redest du gerade von Steam? Du redest von Steam. Fun Fact eigentlich auch schon sagen, immer du cheatest. Ich muss sagen, dass die Musik gefällt mir, die moderne. Das muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir die moderne Musik echt gut gefällt. Triple Dice nehme ich. Ach komm schon. Du hast mir vorher ein Glück gebracht. Los! Haselnuss! Bitte! Ja! Lucky Space! Double Dice! Ich brauche keine Coins mehr! eShop geht nur mit eShop-Karte. Ja, einen... Oh nein! Ich schon... Ja, ich kenne es auch. Doch gerade das Spiel kenne ich. Ein Spiele-Key für Nintendo zu finden, ist fast unmöglich. Das ist halt echt scheiße. Ich finde es schade, dass das Nintendo nicht zulässt. Dass man nicht einfach Spiele herschenken kann einem Freund. Warum ist das nicht möglich? Wir sind im Jahr 2021 und Nintendo hat das nicht geschissen bekommen. Ich weiß nicht, dass du spielen wirst, irgendwann von dem was ich will, ist es ja unwahrscheinlich. Da hast du es. Kann sie mich halten. Deswegen lasse ich mir eShop-Karten geben, dann kann ich für Wii U, Switch und 3DS nutzen. Irgendwas finde ich immer. Aber gelten die eShop-Karten für alle 30, das wusste ich gar nicht. Okay, manchmal bleibt man random in der Luft hängen, gefühlt. Ich habe die Münze noch mitgenommen. Jesse, lauf doch! Nicht schreiben! Laufen! Aber ja, das Spiel ist mega dumm. Obwohl es aus 4 ist, ich finde es auch nicht gut. Muss ich, dass man respawnt. Oben fällt mir nicht. Also hier ist 3 gegen 1, hat der 1er relativ ausgeschissen. Ja, aber letztes Guthaffen auch ist es auf deinem Account. Ah, ja stimmt, da gibt es Sinn. Ich habe auf Wii und Wii U nie etwas gekauft. Auf Wii und Wii U habe ich den eShop nicht einmal betreten, weil man damals nur mit Kreditkarte oder Paypal zahlen konnte. Und Paypal war eine komplizierte Angelegenheit. Mittlerweile ist Paypal vorgechillt. Und ich nutze Paypal hier auf der Switch permanent. Ja, Maschum hätte ich auch lieber gehabt als Hälfte für den Ding zahlen. Wii U gibt es eine Sache, die ich haben will in Mario Party 2. Ich hasse 2. Wir haben 1 komplett alle Maps gespielt, 2 haben wir dann abgebrochen, weil die meisten von uns können 2 absolut nicht leiden. Bei 2 gefallen mir diese Kostüme. Die Kostüme und die Maps sind glaube ich irgendwo noch in Ordnung. Die Kostüme gefallen mir sehr gut. Aber ich hasse 90% der Minispiele aus dem zweiten Teil. Auf Wii U habe ich Pokémon Snap und Harvesten und 64. Aber Wii U habe ich auch noch Spiele im Schrank, die ich glaube ich noch nicht einmal eingelegt habe in die Wii U. Aber Hauptsache ich habe sie gekauft. Jenny, da ich nicht per Paypal genau aufladen kann, musste ich eine 15er Karte holen. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Zum Glück verlierst du nur 2 Münzen. Zu deinem Glück. Man kann 64 Link to the Past. Ich geht. Mario 64 Paper Mario 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 Superstar Saga. Das ist ein Mördercool. Sie ist das für ein Game Boy Saga, das würde sich sogar auszahlen. Mario Kart Super Circuit. Ist das Game Boy Mario Kart? Game Boy Kart, okay, denke ich... Oh, shit. Fuck! Oh stimmt, Game Boy Advance. Ich habe schon wieder... Das ist eine blaue Schachtel gewesen, oder? Ich will mir nicht mehr an, dass es eine blaue Schachtel war. Also das Cover. count how many characters a million about whoever is right when roll call comes wins okay ah da können auch noch welche aus den kisten kommen oder was da finde ich zum beispiel schade dass man zum beispiel die zahl nicht verdecken kann bin ich sau dumm die geplatzen muss von minus rechnen ja soweit ich das verstehe so so Fuck, ich habe einen übersehen. Nein, einen habe ich übersehen. Der war hinter der Kiste und Jesse hat gewonnen. Die Scharsorge hat gewonnen. Ich packe es nicht. Ich habe zu viel war, das denke ich mir auch. Ah stimmt, der war Block, da könntest du, da könnte man auf gut Glück echt was rausholen. Auf der Map ist es halt ein bisschen blöd. Auf der Map hängt eigentlich, so wie das Spiel ist, hängt auf dieser Map alles von den Bonus-Sternen ab, was die Bonus-Sterne sind. Am anderen Party 2 muss ich noch unbedingt auf die Wii U einfach nur für mich privat zum Suchten. Ich finde es witzig, ich habe nämlich, wir haben den zweiten Teil nicht besessen. Wir haben eins gehabt, drei und vier. Eins haben wir halt so viel gespielt, ist so. Jesse, du hast voll die Arschkarte gezogen. Und scheinbar haben mein Cousin und mein Bruder 5 und 6 gespielt. Ich weiß gar nicht, oder nur 5. Aber ich kenne ab da nur noch Mario Party 9 oder 10. Warum gibst du mir das? Leck mich, Daisy. Kommt davon. Also könnte ich mich dafür schlagen, wofür. Es wird ein Eins. Ich brauche gar nicht zu schauen. Es wird ein Eins und er wird mir einen Stern wegnehmen. Oh, Halleluja. Oh, ist sogar ein Lackfels. Danke, Destro. Dass er alles verkauft hat. Oh, musste aber vieles verkaufen, damit ich mir neue Sachen damals leisten konnte. Ich sehe schon. Ja, ähm, so ähnlich geht es mir auch. Ich habe einiges an Spielen geschenkt bekommen für den N64. Nein. Gamecube war das. Ich habe einige Gamecube-Spiele geschenkt bekommen. Die habe ich dann bei GameStop verkauft. Und ich hatte dringende Geldnot. Oh, das kenne ich gar nicht. Mario Party 7. Ich hatte dringende Geldnot. Und, ähm, was soll ich sagen? Die paar Spiele, die ich verkauft habe, für dieses Mini-Scheiß-Geld, das ich bekommen habe von den beiden. Das hätte ich mir sparen können und hätte jetzt mehr Spiele. Aber was soll's, ja. Viel eher nervt es mich, dass ein paar Spiele verloren gegangen sind. Ein paar hat mein Bruder verloren. Eigentlich hat nur er welche verloren. Ich habe eigentlich bis jetzt keine verloren. Er war ein Genie, der den Sachen zu verlieren. Und ich habe auf meine Sachen immer aufgepasst, als wären es meine eigenen Aug-Äpfel. Oh, das ist Bullshit. Da hat man als Solo irgendwie echt gute Karten. Damalige An- und... Der Kauf hat mich damals, mehrfach damals beschissen. Ja, GameStop-Bescheiß, was das angeht, maximalst. Oh, letzte Runde. Was mich auch sehr ärgert, ist, dass meine Eltern meinen Ness, den Originalen, den wir hatten, inklusive Verpackung, beim Umzug weggeschmissen haben, ohne dass ich das wusste. Ich habe Jahre später gefragt, wo eigentlich der Ness ist. Ich weiß schon, dass er nicht funktioniert hat, aber man hätte es locker heutzutage reparieren können. Und die haben ihn einfach inklusive Verpackung wegkaut, was ich nicht gepackt habe. Weil allein der Original-Karton vom Ness ist einfach so viel wert. Deswegen viel auf Emulation und Flashcards umgestiegen. Ja, so ging es mir auch. Wii, Wii habe ich zwar einiges an Spielen, aber Wii habe ich noch mehr Spiele gespielt und über... Über, über Homebrew. Flashcards auf 3DS und auf PSP auch extrem viel. Einfach, weil ich das Geld damals nicht hatte. Ich hatte das Geld nicht annähernd, damit ich die ganzen Sachen spielen kann, die ich spielen wollte oder spielen konnte. Ja, bei mir ist auch ab Wii U, ist wieder alles Original. Wii U und Switch, alles Original. Switch, ich habe zwar die Möglichkeit, dass ich die Switch Homebrew nicht, damit ich mir Spiele runterlade, sondern damit ich sowas wie Smash customisen kann oder die Oberfläche customisen kann. Aber ich will es irgendwie nicht. Besonders, weil ich es, wie man sieht, brauche und täglich benutze. Man kann leider nicht die gesamte Spielzeit der Switch sehen, weil das wäre wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Nicht so hoch wie manch andere Streamer, keine Frage. Oh, hell no. Nein, warum in der letzten Runde? Warum? Gerade in der letzten Runde. Das ist doch beschissen ohne Ende. Ja. Ja. Es ist auch noch Homebrew, da unbedingt die Custom Tracks in Mario Kart spielen und die NSMB-Hacks. Oh, ich habe mich schon gesehen. Ohne Witz, ich habe mich schon gesehen. Leckt mich die Istro. Arschloch. War das noch vor deiner Let's Play Streamer Zeit? Ja gut, bei mir auch. Wesentlich vor der Streamer Zeit. Okay, falls du ehmals in Wien bist, okay. 2 Sterne verloren. Stimmt, du hast 2 Sterne verloren. Du hast einmal einen an Daisy verschenkt und einen an Yoshi. Nicht so verloren. Oh, fuck. Ich merke gerade, dadurch ist Drake erster. Ach, man. Jesse, du hast alles versaut. Alles hast du versaut. Jetzt kriegt er auch noch Geld in den Arsch geschoben. Für nix. Deine Unterhose hat alles versaut. Nein, die hat es diesmal nicht versaut. Meine Unterhose macht einen guten Job. Du hast es versaut. Du musst es ja unbedingt auf die Chance dann kommen und ihm dann die Sterne schenken. Würfel ich dann zweimal 1 bis 3 oder wird das... Ja! Ich cancel deine Scheiße. Nein, auch kaum 10. So eine Scheiße. Los, Block. Kein Hidden Block. Ja, jetzt hängt alles natürlich wieder ab vom Cheap Cheap Chase. Müsste ich kennen. Das kommt mir bekannt vor der Name. Meine Party 3. Oh, kenne ich, ja. Münsterisch, ja, der Münsterisch wäre natürlich auch ziemlich geschissen. Was ist das für ein Delay, Alter? Ja, ja, Josh hat gewonnen. Schade. War knapp. Nein, war nicht knapp. Ich habe es dreimal verkackt. Gut gemacht, Drake. Der erste Bonus. Der erste Bonus. Shopping. Das ist Destro. Okay, Drake hat gewonnen. Oh, komm. Okay, komm schon. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Zweiter ist... Nein! Nein! Ach komm, das ist ein Scheiß-Bonus. Das ist ein Scheiß-Beschissener-Bonus. Leck mich am Arsch. Jetzt hat er gewonnen. Oh, niemand. Warum gibt es da diesen Bonus, wenn das niemand gemacht hat? Das ist doch dumm. Er leckt mich. Scheiß-Spielt-Reik. Ich schicke es morgen zurück. Willst du noch eine Runde machen? Das hängt davon ab, ob die anderen noch dabei sind. 306 Münzen. 183 Münzen gemacht. Sogar die meisten Schritte. Und trotzdem habe ich verloren. Das ist doch scheiße. Einen kurzen. Hallo, Alex. Ist noch gar nicht schlafen gegangen. Finish in 2nd place after 15 turns. Wolltest er deinen Kürbissekko trinken? Ist es nur Change Board? Ja, das ist Change Board. So. Woddy Woods. Needle Woods. 10 turns so die map habe ich ewig nicht mehr gespielt ich finde das so schön dass sie das gemacht haben mit den bildern das finde ich wirklich schön die map kennst du nicht nein die war in mario party 3 ihr wollt jetzt mit mir nicht mehr spielen ihr wollt ihr wollt jetzt in mario party 3 nicht mehr mit mir spielen geht trotzdem auf no will keine erklärung wir finden das einfach so heraus ja endlich mal nicht letzter stimmt du konntest nicht ok so als kurze erklärung es gibt wegekreuze da das wegekreuz aus der obere geht jetzt nach rechts sobald einer nach rechts durchgeht wird von dem mond die mal umgedreht und dann geht es nach links das heißt manche wegekreuze die ist so ein kleines schild haben da muss immer einer vorbeigehen damit sie in die andere richtung gedreht wird bzw wenn man aufs rufzeichenfeld darauf kommt dreht sich auch wieder um wie man jetzt hier sehen wird das ist mehr oder minder die ganze map erklärt wie viele sehen aus wie kastanien das sind galumbus ja genau und jesse zischt vorbei ich glaube sie hat ihren 24 stunden diskonnect gehabt das habe ich mir gedacht das war ja zum glück die absolut erste runde was heißt bei dir spielt es weiter bei dir war jetzt rosi dran das war ja zum glück start und beende das spiel nein man kann rejoinen wirklich nintendo hat es im jahr 2021 geschafft dass man rejoinen kann das wird mich jetzt interessieren mario party superstars rejoin join adds huge improvement to online play if the disconnected player is able to make it back they can rejoin the group on the next turn holy shit das ist geil now when a player is accidentally disconnected the game will automatically swap in a cpu player let's also have the option to saving the online game and return to it later this should make online play much more user friendly what the fuck nintendo hat es wirklich geschissen bekommen das einzubauen fuck ich nicht das heißt sobald man disconnected übernimmt cpu und in der nächsten runde kann man wieder rejoinen gut zu wissen aber auch geil dass man online partien speichern kann inge was zum fick ist das für ein emote was soll das darstellen also die tröte die kapiere ich schon dass es eine tröte ist aber was ist das für ich ist das ein relaxer in grün ja und wie heißt das die vorentwicklung von relaxer taco time it's raining tacos from out of the sky tacos you'll need to ask why just open your mouth and close your eyes it's raining taco it's raining tacos it's raining tacos out in the heat tacos all your cane lettuce and shells cheese and meat it's raining tacos miam 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 medium feels like a dream miam 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 medium bring your sour cream das funktioniert tatsächlich shell meat lettuce cheese shell meat lettuce cheese shell meat cheese 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 it's raining tacos rain in tacos rain in tacos ja bei netplay war es wirklich orsch achso nein war es eigentlich auch nicht orsch war nicht so schlimm ich meine das einzige was du versaut hast eigentlich ist deinen eigenen Zug weil du Richtung Stern gegangen wärst mit einem 10er der schreibt mir um die uhrzeit damit kann ich leben hallo anker chimera claw so schöne gute abend weil der kerl nicht irgendwann von gamefreak verklagt werden will hat er eine abgehende eigene Version gemacht rechtlich scheint es ok zu sein aber ja den ich getrags ist halt immer noch gegeben ist halt ein spirit animal so gamefreak gamefreak kann ihn dafür nicht verklagen sonst würden alles mögliche streamer verklagt werden für ihre emotes das geht das geht bestimmt will ich morgen eine daten morgen hätte ich zeit die karina hat leider morgen nicht zeit die hat nur am sonntag zeit und ich kann am sonntag nicht weil ich auch ok das kann ich ich kann am sonntag nicht weil nein ich kann das nicht wort ach so das ist wie die regatta aus dem ersten teil ja da wird kein kleben naja was war das die schicken mir um die uhrzeit meinen coronatest what the fuck um 1.54 wer arbeitet in einem labor noch um die uhrzeit ich lasse ja 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 Kennen sie nicht, ja, aber er hatte ja überall eine Lachse und hat sich jetzt selber schon mal überall geändert. Ich weiß nicht, wie sich die Gesetze in Bezug auf Internet noch ändern, das ist richtig, ja. Warum krieg ich um die Uhrzeit bitte, oida, ein Scheiß? Unpackbar. Nice. Zum Glück schlafe ich um die Wurzel nicht. Oh, die ändern sich nach jedem Ding, wups, das wusste ich nicht, yay, ich bin negativ, hu hu. Wärts gedacht. Nicht geimpft? Oder trotzdem noch Testpflicht? Weder noch. Ich bin doppelt geimpft, aber mache freiwillige PCR-Tests alle paar Wochen, einfach um sicher zu gehen, dass nix ist. Ich bin immer negativ, das ist vollkommen richtig. Schwierige Holz-Internet-Verbindung dauert manchmal. Das war eine SMS, die ich bekommen habe. Anker, falls du mich meinst. Ich habe eine SMS mit dem Ergebnis bekommen, bzw. mit dem Link zum Ergebnis. Ah, da muss man links oder rechts um ein Item zu fangen. Du hast die Coin-Fruit. Zwölf Coins, das ist ja urgut. Ah, die Map müssen wir mal spielen, wenn ich geistig besser fit bin. Du wolltest noch mal spielen. Weißt du was, ich gehe eine Runde, den Stern kriege ich sowieso nicht. Jetzt ersucht uns, sind die Labo-Boys hart am Knüppeln, ja irgendwie schon. Muss ich nur A drücken. Well, besser ist nix. Ähm, und falls du dich wunderst wegen Tests, bei uns ist im Gegensatz zu euch, sind die Tests gratis. Sonst würde ich ihn ja nicht machen. Bin ja nicht depper, dass ich jedes Mal 130 Order zahle für den Test. Dann sind die Labo-Boys hart am Knüppeln. Ich finde die, die, äh, das Wording hast du richtig gut getroffen. Sollen wir noch Spaß dran, hast du den Spaß dran? Also die letzten drei Games hast du mir nicht so gewirkt, als hättest du Spaß dran gehabt. Ich glaube, du darfst jetzt nochmal würfeln, oder? Ja. Zum Glück auch doppelgeimpft, allein wegen meiner Familie, meine Arbeitskollegen schon. Und gehöre dazu diese Gruppe. Desto schafft es immer, einfach null Münzen zu haben. Kannst du dir demnächst mal mit dem Modem anschauen und gucken, ob du den DC verschieben kannst. Kannst du auch morgen schon vier oder so? Den manuellen Restart hast du, oh, uhrgut. Den manuellen Restart um vier in der Früh hast du schon mal gemacht und hat nix gebracht, oder? Ja, da ist es definitiv zu reden, das kann ich verstehen, der Drake. Der schon mal um drei gemacht hat, hat aber nicht geholfen. Chipshot Challenge, ging er meist an irgendwelchen Leuten, Boys dran, seltsam angewohnt, die ich aufgeschnappt habe. Oh shit, Golf. Das ist aus drei? In drei gab es Golf? Absolut keine Ahnung mehr. Erst mit Boys, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber die Kombination Labor Boys und hart am knüppeln gefällt mir gut. Oh shit, Golf, da hab ich einmal negativ Bock drauf. Mi, 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 mi. Ich bin Jesse. Ich hab negativ Bock drauf. Mi, 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 mi. Weg, Jieten, den Ball. Braucht keiner. Halt deine Schnauzer. Oh, komm. Machst jetzt einen auf Matze, oder was? Nur nicht ich Erster. Scheiße Zweiter. Ist auch nicht gut. Also hier als Vierter hat man, glaube ich, die besten Karten. Vor allem, ich bin nach Jesse. Jesse wird ihn einfach wegjieten. Nein! Das war purer Skill. Also das hätte ich definitiv jetzt gefeiert. Ja, jetzt ist jeder der nach mir kommt einfach besser dran. Das ist einfach unfair. Einfach unfair dieses Spiel. Leck mich. Nein! Roll doch weiter, du bist bergab. Bälle rollen bergab runter. Scheiße. Sag ich ja. Wer als Vierter da ankommt, gewinnt einfach. Und so wie es ausschaut hat Jesse den ersten Stern. Fast reingetroffen. Ja, den hättest du fast eingeloggt. Ja, den hättest du fast eingeloggt. Ich wundere mich, warum bei mir verbessert steht. Du bist immer noch Luigi. Jetzt schon seit über einer Stunde. Warum kauft Drake den Schlüssel? Er kennt schon wieder irgendwelche Abkürzungen, die ich nicht kenne. Soviel ich Mario Party 3 gespielt habe, ich habe selten bis nie Schlüssel gekauft oder verwendet. Ich bin mir eigentlich mehr am Arsch gegangen. Oida. Weck dich nicht auf, das ist voll gut. Du kannst da Münzen und, und, äh, oder nochmal würfeln. Münzen sammeln oder nochmal würfeln. An dir erinnere ich mich nur dunkel. Dabei gab es die auch in zwei. Also in zwei wurden sie implementiert. Ich habe geglaubt, sie wurden in drei implementiert. Prist. Geht sich der Stern aus? Ich sehe es nicht. Zwei, vier, sechs geht sich ums Warschleck nicht aus. Zwei, vier, fünf. Doch, geht sich aus, oder? Ich meine, bei Jessie steht es jetzt unten, wie weit sie wohin geht. Doch, geht sich aus. Ich hätte so gelacht, hätte du irgendwas gekauft. Geht doch kein Glück. Hauptsache zuerst aufregen. Hauptsache zuerst meckern die Dame, bevor sie überhaupt schaut, was passiert. Man kann nie schauen, man kann nie wissen, wofür es gut ist. Ist so richtig, ja. Aber selbst nicht besser. Ich habe auch von mir nie gesprochen. Ich weiß, dass ich kein Stück besser bin. Aber sie kritisiert mich immer. Sie spricht mich immer darauf an. Ich weiß, dass ich das tue. Sollte darf, das ist eine Frau. Jetzt haben wir hier Sexismus am Arbeitsplatz. Also wenn es uns aufregen geht, bist du die unangefochtene Nummer eins, also sei still. Na und? Das Aufregen zählt zu meiner Persönlichkeit und macht den Charme meines Streams aus. Das ist das eine Frau. Die Frau. Die Frau. Die Frau. Die Frau. I guess Mach recht, ich dachte immer, salty macht dich charmanter, als du eigentlich bist Das ist klasse, dass Streaky immer auf meiner Seite ist Ja, leckt mich beide am Arsch Einer kriegt die linke Arschbacke, einer kriegt die rechte Dürft ihr euch aussuchen, wer welche kriegt Welcher Charme, wir haben nur eine große Macke, um dich zu ertragen Dass bei mir nur grenztebile Leute unterwegs sind, das weiß ich auch, das ist kein Wunder Gleich und gleich gesellt sich gern Du nimmst die linke, schau, sie hat sich schon entschieden Vielleicht du kriegst mir eine rechte Arschbacke Alles nur gestörte hier Man weiß nicht, wer gestörter ist Das stimmt nicht Immer ärgere ich dich nicht Oft genug bin ich auch auf deiner Seite, gegen deine Zuschauer Mhm Frischen Speck Was zum Fick ist das, Alter Ah, ich kann mich schon wieder erinnern Ich mag das Spiel nicht Ich mag das Spiel nicht, weil die Steuerung einfach komplett für den Arsch ist Diese Steuerung ist eine absolute Frechheit Und dass sie daran nichts geändert haben, zeigt einfach nur, dass das kaputt ist, das Spiel Einer ist mir zu fertig und zu alt Ich bin jünger als du, Junge Luigi Luigi hat nichts gemacht und hat einfach gewonnen Oh, die Rufzeichen ändern nur das eine Schild Oh Ich hab dich angefahren Ich bin rückwärts in dich reingefahren Du bist da geschehen Und ich bin rückwärts in dich reingefahren Einen scheiß Tag bist du mich angefahren Der wirft in den 10 Mit 10 Und Jumpcall ist eine mächtige Seite Jumpcall ist echt mächtig Bin vorwärts gefahren Bullshit bist du vorwärts gefahren Vielleicht ein Zentimeter, ja Aber ich bin dir mehr rückwärts entgegengekommen, als du vorwärts gefahren bist Gern geschehen Übrigens 2, 4, 6, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oh shit Beides führt zu einem Glücksfeld Dann nehme ich das Glücksfeld I guess Was im Teufels Namen habe ich auf der Stirn Ich habe Ein Einhorn auf meiner Stirn Gefällt es dir? Und hallo Dennis Ich habe hier von meinen Zuschauern Ich nenne keine Namen Du kannst dir denken, welche Zuschauer das waren Ich habe hier solche Tattoos geschickt bekommen Und es gibt eine Belohnung für Kanalpunkte Da kann man sich wünschen, dass ich für den nächsten Stream 1-2 Tattoos irgendwo ins Gesicht klebe In Abhängigkeit von der Größe der Tattoos Wenn es so kleine Tattoos ist, sage ich Dann haue ich mir 2 drauf Der Mimimi ist heute Hashtag schlimm Leckt mich, Jesse Und Drake Leckt du mich auch Premium Danke Jetzt sehe ich das erst Oh 50k schaffst du Ich dachte, es sind Haare Danke Was habe ich eigentlich vorhin bekommen? Ich habe die Runde nicht aufgepasst, was passiert ist Ich habe keine Ahnung, was passiert ist Danke für den Raid Warum zum Fick streamst du um die Uhrzeit? Seit wann streamst du um die Uhrzeit? SMW hast du gespielt? Was hast du gespielt? Spätin Ah, stimmt Ja, du bist ja heute Ja, passt schon Du hast heute Spätin selbst vergessen Was ich denke, ist meine Sache Geistiges Eigentum Die 86 Castle Level mit Boss Bandert Ja, GG Sie habe hier bei tödlichen Nasen geholt Nice Dann war es ziemlich erfolgreich Und nein, das ist ein Tattoo Und keine Haare So, was ist überhaupt? Get to the center of the platform And face the camera just in time Oh, ich mag das Spiel nicht Mario Party 10 Wäre jetzt gedacht Katastrophal Ich mag Mario Party 10 nicht Circa 40 Minuten für Boss Und war schon gut 40 Minuten für Boss ist großartig Soweit ich weiß, sind die Bosse da echt Ich bin in der Mitte zu sehen Wie kann das ein Teil sein? Das ist Das Spiel ist scheiße Ich gebe es morgen zurück Fuck, Spiel Dreck Daisy kann man unter dem Rock schauen Und sowas ist ein Teil? Sowas ist ein Teil? Beschiss Einfach nur Beschiss Ah, stimmt Jemand hat vorhin den Stern bewegt Und jetzt bewegt jetzt wieder jemand den Stern Ihr habt die letzte Runde genau gar nicht aufgepasst Ich war beschäftigt damit Tattoos herzuzeigen und die Raider zu begrüßen Yo, danke auf jeden Fall für den Raid Weiß ich sehr zu schätzen Du hast ja heute am Vormittag gestreamt Ich war ja dabei Nein Da entscheide ich mich mal nicht Die Runde zu gehen Und er ist jetzt genau da Fuckin' L Drake, König der Einsen Und jetzt kriegt er das Free Game Das ist das Gratis-Mini-Spiel Das du kriegen kannst Und ich kriege einen Random-Generator Immer an den Random-Generator Wobei ich ein Ballonschießen auch gehabt Aber ein Ballonschießen ist genauso scheiße Jetzt weiß ich, was die Kiste macht Und ich merke mir Drake hat die Kiste Drecko hat eine Kiste Drecko hat eine Kiste Wie viele Atems habe ich? Zwei Okay, den Bild benutze ich jetzt Du bist aber noch raus Bist Pennen Yo, vielen Dank Danke fürs Vorbeischauen Danke für den Raid Mach's gut, schlaf kurz Hab einen schönen Samstag Und man sieht sich Du bist Luigi Feigling? Was heißt Feigling? Leck mich Als ob ich dir lasse Dass du mir den Pilz stielst Das ist das Luckyfels Spätdienst wird semi toll Fängst du um 14 Uhr an, oder? Geht's ja noch? 15 Uhr? 13.40 Uhr? 13.40 Uhr gehst du los Okay Item 23.30 Uhr bist du zuhause? Holy fuck Okay Erklärt warum du so spät gestreamt hast Alle Alle Ja 12 Damit kann ich leben Natürlich ist noch eine Bank da Bitch Und dann soll ich mich nicht beschweren Und dann soll ich mich nicht beschweren Oh, damit kann ich leben Oh, wer jetzt verliert hat die Arschkarte Was ist das? Okay Nur Move Nix anders Okay Komm schon Ist nur nicht letzter werden Oder verlieren alle die Verlieren Und nur der Gewinner Verliert nix Nein Ja Nein Ja Nein Wer hat jetzt verloren Wer hat jetzt gewonnen Damit kann ich leben 10 Münzen nur Mit 10 Münzen kann ich leben Drago Vielen Dank für den Rate Du hast auch Mario Party gespielt Wie war's? Aus dem Weg Bitch Nein Aus dem Weg Du Du hast mich voll in die Stacheln gezogen Und bist auch noch reingelaufen Blöder Battle Genau das, was ich immer sage Come on Okay 12 Münzen 12 Münzen Hat den auch schon bekommen Oh, komm schon Doppelte Münze River Raiders River Raiders River Raiders River Fuck Nein Nicht Look Away Das ist scheiße Wobei Da kann ich gewinnen Das habe ich bis jetzt immer gewonnen Das hat richtig gespielt Du standest nur im Weg Ich meine Ich meine Desto Desto hat mich rüber geschoben Witzig 7 von 24 Stunden An diesem Wochenende Fertig Ah, machst einen 24 Stunden Streamen übers Wochenende Holy shit Das ist ein Fickkack Also ich finde nicht Dass das ein Fickkack ist Ich mag das Spiel Nein Nein, ich mag es nicht Das ist wirklich ein Fickkack Besonders ist es ein Fickkack Weil es jetzt doppelte Punkte gibt Jesse Du musst immer in eine andere Richtung schauen Als ich Du darfst nicht in die selbe Richtung schauen Wie ich Wenn du in die selbe Richtung schaust Wie ich Hast du verloren Ich sage, ich bin gut Woher soll ich wissen Wo du hinschaust Darum geht es ja Kannst du ja nicht Cheater Nichts Cheater Dem Spiel habe ich immer gewonnen Game of Chance Game of Chance Pretty much Und trotzdem habe ich immer gewonnen Fünf Runden sind vergangen Wir haben nur einen Stern Vielleicht ist es Wenn die drei unten Immer in die verschiedenen Richtungen gucken Ja, aber Wie willst du das koordinieren? Mit Chance Ist mir vorhin selbst versaut Das stimmt Nein Du hast mir mit Chance Time Hast du mir den Sieg versaut Du hast mit der Chance Time Hast du mir den Sieg versaut Letzte Bett war totaler Krieg gerade Also ein Nach dem hier fehlt nur noch das Halloween Nein, das Geisterbrett Wie auch immer es heißt Dein Sieg ist mir wurscht Ja, dir ist es wurscht Aber mir nicht Die waren dann gar nicht koordinierbar Sei ich ja Nein, Sachen haben die richtig gut gemacht Mir ist es doch wurscht Was dir wurscht ist Wenn einer hat die Verbindung verliert Ja, das haben wir vorhin gesehen Drago Jesse hat die Verbindung verloren Wir haben alles neu gestartet Wie ich geglaubt habe Es ist wie das vorherige Mario Party Man kann alles komplett wegschmeißen Aber tatsächlich kann man rejoinen Und ich habe es zwar neu gestartet Aber er speichert die Online Session Man kann in die Online Session Nochmal reingehen und weiterspielen Das haben sie wirklich gut gemacht Nintendo ist tatsächlich im 21. Jahrhundert angekommen Pack ich nicht Bin hier schlecht in dem Game Ich verbocke sie Hast du das Spiel auch? Anker? Noch nicht? Aber du willst es dir holen Leck mich Die neuen Mario Partys sind Pflichtkauf Also bei Super Mario Party Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Pflichtkauf sagen Es ist ganz witzig Es hat mir zu viele Flaws Mir persönlich Das hier hat auch zwar ein paar Flaws Aber macht soweit Spaß Ich kann mit den Flaws von dem Spiel Kann ich leben Ich kann nur hoffen Dass sie so ein paar Kleinigkeiten Noch tweaken ändern Es ist Nintendo Sie werden nichts daran ändern Aber sobald sie mir mehr Maps bringen Bin ich auch zufrieden Mehr Maps und eventuell mehr Charaktere vielleicht Ich meine Mir ist wurscht Mein Charakter ist drinnen Und damit bin ich absolut happy Nach 10 war es eine Offenbarung Nach 10 Nach 10 Wenn sie mir nach Mario Party 10 Ein Stück brennendes Scheiße hingestellt haben Hätte ich gesagt Oh mein Gott Ein besseres Mario Party Fuck Es geht sie um eins nicht aus Komm schon Fester Nicht das Alles nur nicht das Ich kann das nicht Ich verstehe die Physik von dem Scheiß nicht Ja 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 Bam Ja jetzt doch Erst wollte ich nicht Weil wann spiele ich es denn mal Aber ich brauche es doch in meinem Regal Auf jeden Fall immer herzlich willkommen mitspielen Ja bis zu Auf jeden Fall Freitags ist Party Tag Freitags ist Friends Friday Zumindest die nächsten Freitage Ist Friends Friday Bis ein neues Spiel rauskommt An dem Freitag Das ich spielen will Das wird Pokémon Diamant und Pearl Am 19.11. sein Ja Das sind eins Nächsten zwei Wochen Werden wir noch Mario Party spielen Am Freitag Feinde Freitag Man kann es von mir aus auch Feinde Freitag nennen Ja Pokepummel Ich habe doch schon kacke Ich habe doch kacke Oh Anka Du hast ja mit uns mal hier mitgespielt Oder Bei dir ist das Internet richtig schlecht gewesen Oder Gut zu wissen Denn wie langweilig ist Und ich Luniäge Und wie leck mich Ich gehe mal eine schmückern Und dann lurke ich Und versuche klar zu kommen Worauf klarkommen Aber Danke Hab einen guten lurk Und rauche nicht zu viel Zu viel Gibs Fingerhammer Und knock Poké Down to size Each Eggman takes Five Hits to knock out Okay Das ist mein Game Ich bin Masher Schlechthin Lack war wieder real Ja Vier Züge noch Haben wir schon Haben wir schon diese letzten Fünf Züge Ding hinter uns Ich habe irgendwie vergessen Ob das schon war Aber ich glaube schon Dass es war Nachdem es jetzt noch Vier Züge sind Mein Session war heute Ein Mörder anstrengend Aber geil Davon muss ich jetzt unterkommen Melde mich zwischendurch garantiert Bin aktuell ein schlechter Lurker Ein schlechter Lurker Wie ist ein schlechter Lurker Entweder man lurkt Oder man lurkt dicht Aber ja Ich habe gesehen Dass du heute Du hast es eigentlich Ziemlich lange online Du hast Oh Wo ist es Du hast ja heute Diesen RPG Maker gespielt Oder Gespielt Man kann es ja nicht spielen Nennen Man kann es ja basteln Bauen Whatever Nennen Zehn Nicht 20 Ich verliere schon wieder Münzen Drake der Battle hat nur 12 Klassiker Leaf Leap Was ist das Kenne ich das Das kenne ich nicht Kann man das Ah Man muss die Richtung Vorher angeben Okay ich verstehe Bei dir und den anderen Zuzusehen Finde ich spaßiger Da greicht mein Blutdruck Wenigstens normal Mein Blutdruck ist definitiv Nicht normal Das kann ich jetzt schon sagen Mein Blutdruck ist definitiv Gerade Also ich spüre es An den Ohren Weil meine Ohren sind rot Meine Ohren leuchten Derzeit rot Das heißt Mein Blutdruck ist derzeit Das wird so ein Scheiß Mit den Paracupas Nein Mit den Paracupas Konntest du in der Luft lenken Da musst du vorher angeben In welche Richtung du springst Da musst du einfach Reaktion haben Das wird so ein scheiß Und dann Ich habe es Nice. 1, 2, 3. Perfekt. Lechter Lurk auf einem schnittigen Lurk und kommen alle zwei Sätze aus dem Lurk raus, weil sie doch mitlabern wollen. Wenn denn tatsächlich so ist, dann erfreut es mich, weil das heißt, dass ich tatsächlich was Gutes an Unterhaltung biete. Also ich finde es nicht einen schlechten Lurk, ich finde es eher ein Kompliment für mich persönlich. Eine Trostmünze, das ist. Ja, APG Maker, sechs Stunden lang, holy shit. Endlos anstrengend für den... Ja, sechs Stunden APG Maker, stelle ich mir wirklich arg anstrengend vor. Endlich. Kann ich wirklich machen? Ja. Hat irgendeine Kiste? Nein, also keine Kiste. Passt. Zwei! Der fucking Zwei! No, 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 no. Schön zurück und ruhig sein. Nein, rot! Warum muss ich rot sein? Sind meine Ohren nicht genug rot? Zehn Zentimeter vor mir. Los! Fuck! Ist irgendein Anus von uns da oben? Ja, bis gleich. Aber stimmt schon, wenn man so auf den ersten Blick könnte es wirklich so ein bisschen Haare sein. Ich verzeihe dir. Es könnten wirklich Haare sein, wenn man es nicht so aus der Nähe sieht. Ich habe sogar heute extra die Kamera herangesoomt. Normalerweise bin ich noch weiter weg. Die Tattoos sind zwar super cool. Für euch, für mich nicht. Aber man sieht es halt leider echt schlecht. Dafür müsste ich wirklich irgendwie am besten so sitzen. Ah, ich kann mich erinnern. Ich mag das Level, das Spiel nicht. Das ist aus dem Dreier. Obwohl es aus dem Dreier ist, mag ich es nicht. Du hast es ja easy. Ja, ich habe noch den easy Part. Ich mag es trotzdem nicht. Das Spiel haben sie ordentlich geändert. Das Spiel haben sie ordentlich geändert zum Original. Ich meine, mal abgesehen davon, dass es grafisch aufgepeppt ist, ja. Die Wellen sind ganz anders. Weil die hohen Wellen waren wirklich hoch beim Dreier. Da zahlt es sich eher weniger aus, die hohen Wellen zu machen, sondern das ist auch geschissen mit Lag. Der Input-Lag ist gerade nicht wirklich vorhanden. To be honest. Der ist irgendwie, irgendwie kommt das nur bei manchen Spielen, der Input-Lag-Arc durch. Nicht bei allen. Es müssen einfach mehr Tattoos sein. Ja, am besten das ganze Gesicht voll mit Tattoos. Kriegt er auch noch 8 Münzen in den Arsch geschoben? Frechheit. 9. Du hättest fast den Stern gehabt. War... Achso, du hast nur 7 Münzen. Aber warum gehst du trotzdem da im Kreis? Du kaufst ein Item, du hast aber schon 3 Items, Jesse. Okay. Ich hab nix gesagt. 23 plus. Nein, das will ich nicht. Ich wollte keine 10 haben. Oh, es geht sich aus. Nein! Doch. Doch, das ist gut. Erstens geben wir den hier. Re-Lurk. WB-Lurk. Und viel Spaß beim Zocken. Was zockst du denn? Nein, du lurkst. Ich frag nicht. Du lurkst. Ein spaßiger und würdiger Geburt... Geburtstagsabschluss. Das war das Beste vom Tag. Sehr gut. Das freut mich. Du hast einen Geburtstag gehabt und noch nicht einmal Kuchen. Das war echt schade. Ja, ich bin der ärgste Anti-Lurker-Streamer. Ich lasse die Leute nicht... Heroes of Hammerwatch. Sag mir gar nix. Heroes of Hammerwatch. Wahrscheinlich Warhammer? Nein, nicht einmal mit Warhammer was zu tun. Holy fuck. Das ist ja ein 1900-Adolf-Spiel. Oder? Oder ist das einfach nur im alten Stil? 2018. Oh, das ist nur im alten Stil gemacht. Okay, passt schon. Rogue-Wide-Action-Adventure-Spiel. Oh, das ist cool. Klingt cool. Hatte Rinderbraten. Ist geil aus Kuchen. Ja, Rinderbraten mit Sauerkraut und Ding. Oh, ich mag das Spiel nicht. Ist zwar aus Mario Party 3, aber ich mag... Maschen. Okay, ich verstehe. Passt. Indie-Pixel-Game, super geil. Ich bin ein bisschen übersättigt, to be honest, an den Pixel-Games. Kommt auf die Pixel drauf an. Und kommt aufs Game drauf an. Ich habe prinzipiell nix gegen Pixel-Games, aber... Gut, der Spielemarkt ist meiner Meinung nach allgemein derzeit überhaupt übersättigt. Kennt ihr welche, die aktiv Lurker callen? Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das mache ich unter gar keinen Umständen. Das finde ich scheiße. Warum kann deine Mini-Kugel meine Wiesn-Kugel wegtun? Oh, da habe ich jetzt Daisy gerettet. Leck! Das war's. Nein! Ich konnte sie nicht werfen! Scheiße! Dreck! Tada! Nice Münzen! Nice Münzen! Oh Scheiße, ich hab's mir doch versaut! Ach man! Jetzt war's drauf geschissen! Oh, er nimmt die Pipe! Wirklich nice Münzen! Gut, vielleicht ist's doch gut, woher ich gehe? Schauen wir mal! Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Wo hast du das Zitat her? Ich glaube, du liest ein bisschen zu viele Schundromane. Von den Ärzten. Mein nicht. Es ist genau in die falsche Richtung! Nevermind! Ist gut! Ich könnte... Oh nein, Jesse! Du hast nicht genug Münzen! Warum hast du nicht genug Münzen für deinen scheiß Stern, Jesse? Fuck! Kann ich dir irgendwie eine donation geben? Kann ich nicht. Du hast die Tür aufgemacht. Geh doch weiter! Oder wolltest du die Tür aufmachen und woanders hingehen? Boah, wie viele Banken gibt es auf diesem Feld? Auf diesem Spielfeld? Auf diesem Brett? Nein! Nein! Warum?! Du hast null Münzen! Du nimmst es schon wieder ohne die Gas! Bitch! Hat es seine Gründe? Leck mich! Bitte nur sieben! 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 Oder was ist das Minimum? Sieben, ja! Sieben! 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 Ne, das geht da! Fuck! Ach, ist das das mit der Piranha Plant, wo man hinterher rennen muss? Ja! Zumindest im Originalen kann ich das gut! Zumindest im Originalen kann ich das gut! Und dann die들 im Originalen kann ich das gut cómo vieren? Oh! 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 Nein! Genau! Das hat das decibel geht! Das könnte der Arsch knapp werden. Nevermind. Ich war echt überzeugt, dass es schlecht lief. Ja, Destro hat irgendwie... Oh, fuck, da oben ist er Boo. Da oben ist er Boo. Fuck, ich hätte Jesse gewinnen lassen sollen. Wobei, das hätte ich gar nicht machen können. Ja, geschissen, grüßen. Zwei, vier, Landestorf. Lucky oder blau? Nein, blau. Ja, gut, das ist zu weit weg. Ja, I guess. Wir machen den hier. Alle, oh. Mit vier. Das war voll süß, oder? Irgendwie jedes Mal mit Vietnam Flashback. Das ist eine super geschissene Position. Da kommt keiner mehr hin. Da kommt definitiv keiner mehr hin. Das habe ich nämlich damit jetzt dafür gesorgt. Ja, wobei doch. Destro ist ja nach mir noch dran. Der könnte jetzt noch durchdüsen. Destro, eine Zwei. Ich sag's dir. Würfel eine Zwei. Würfel eine Zwei und du wirst Glück fürs Leben haben. Oder so irgendwie irgendwas. Was, ich weiß nicht. Zwei. Zwei. Ne Zwei, nicht ne Drei. Fuck. So, bin ich morgens für Teil 2 von Marathon nicht viert und Drake mal Bluna nicht zu sehr. Danke. Danke, Drago. Danke. Eine wunderschöne gute Nacht. Hab einen schönen Samstag. Und viel Spaß noch bei den weiteren Marathon. Ich schau, dass ich vorbeischauen kann, so weit, sobald es geht. Mach's gut und danke nochmal für den Raid. Tschüss. Jesse, das kriegen wir hin. Nein, das soll das kriegen wir hin. Oh mein Gott, dieser Dealer ist eine Katastrophe. Bam, der Dealer ist echt hart. Soll ich mich so anstellen? Leck mich. Der ist so. Nimm bitte eine Erdbeere. Eine Erdbeere, bitte. Danke. Fuck. Also. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Ihr zwei müsstest noch Ready drücken. Ja, weil das Practice ist. Fuck. Fuck. There we go. Nice. 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 In der letzten Millisekunde noch draufgelegt. Nice, Destro. Gut gemacht. Sollte ihr aber, du, Drake, bei aller Liebe, nein. Danke. Final turn. Hüüüüüüüüüüüüüüüi. Jetzt muss ich scheiß Buu abwehren. Ne 10! war ja klar und er ging schon wieder aus der Panke den Arsch geschoben unfassbar alter stream ich ernsthaft seit fast sechs stunden ich sehe es gerade ich glaube er mag mich nicht mehr ach wegen der zwei Münzen ist mir wurscht wegen der zwei Münzen ist mir wirklich wurscht nein 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 ernsthaft ach komm schon in der letzten Runde auch noch das ist ne Verorschung das ist ne Verorschung das ist einfach nur ne Verorschung damit sind sie noch so viel besser als sechs da hast du recht Dinge ich nehme es zurück du hast recht schlechte Verorschung zehn noch ne fünf sieben oder sieben nicht eins ne Verorschung oh ok ich bin froh dass ich nicht auf der Chance Time gelandet bin das wäre das schlimmste was hätte passieren können das wäre das absolut schlimmste was hätte passieren können jetzt noch ne fucking Chance Time so Lucky Field ja runter runter nein runter unten hättest du mindestens 15 Münzen bekommen gut du schläfst halb heute noch halb heute schon so last minigame lets go messy memory was bringt es dir dass du eventuell den dritten Platz holst ah das Spiel ich mag das nicht also ich mochte es nicht vielleicht haben sie es ja ein bisschen verbessert weil es war teilweise absolut random du hast null Stars aber es könnte sein dass du jetzt Bonus Stars kriegst bum bum oh das ist cool dass sie dir Musik genommen haben du bist draußen NEIN NEIN das ist beschiss das ist beschiss das ist First Bonus Minigame Bonus das bin ich das muss ich sein Anaki Bonus Das ist Destro Und Daisy Sag ich doch Sie ist Ah, verdient. Winnegert rummelt, Bildte. Nein. Jessy ist tatsächlich Zweiter. Deeso, du bist Dritter. Was hab ich dir gesagt, Deeso? Du bist Dritter. Du bist Dritter geworden. Drake hat abgekackt und ist Letzter geworden. Superstar. Dieser Apfel, er gehört mir. Es ist eine Verschmutzung. Rosinia hat im ersten Platz genommen. Ja, Herr Gresso, eine gewisse Strategie in Wolves kommt am Top in Minigames. Natürlich, was denn sonst? That was an amazing effort, Luigi. Du hast abgelackt ohne Ende und bist Zweiter geworden. Wenn ich doch die zusätzlichen müssen, das ist richtig, ja. Aber die müssen wir das ausmachen können. You found more hidden blocks than anyone else. Ja, Luigi. Nein, das war Daisy. Fuck. Mein Fehler, ich nehm's zurück. Daisy hat mehr hidden blocks gefunden, wie geht das? Seine Nachbarn sich nicht beschweren. Bin schon ruhig. Bäm. Seht ihr das? 79. Das Dreifache von euch. Ich hab mehr als ihr alle zusammen, hab ich mehr in Minigames geholt. Minigame Master. M-M-M-Master. Ja, grüß dich Joker, danke für'n Lörg. Oh, da haben wir alle zwei sogar. Hauptsache immer rumheulen. Was heißt der hat der Träume? Schaust dir an. Schaust dir an. Minigame Master. Plötzlich hat er Jesse trotzdem gewonnen. Ja, das ist immer wurscht. Das letzte jetzt seht nichts. Plötzlich hat er einfach gar nix. Buu, bu, biuuu. Einfach gewonnen. Mit vier Sternen sogar. Alter, das, da, da, das, 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 das kann man einfach so stehen lassen. Nein, nicht das, das da. Wunderschön. Hallo, vier Sterne, 73 Münzen. Also, einfach aufgeräumt. Ich hab' den, ich hab' den House Master gemacht. Ich bin einfach mit dem House Master, ich bin einfach hergegangen und hab' euch einfach weggewischt. Los, gib mir die 40. Jawoll! Ich sollte mir den Bildschirm putzen. Treasure Friend Bonus Holder. So. Und zum Abschluss schau' ich mir jetzt noch an, was ich mir alles kaufen kann. Da ist es schon so spät ist. Ist gleich drei. Holy fuck, Alter. Hat mega Spaß gemacht. Ja. Ja, hat es. Ich hab' gerade überlegt, wie viele Games ich gewonnen hab. Ich glaub' zwei. Zwei oder drei? Wie viel haben wir gespielt? Wir haben vier gespielt, oder? Dann hab' ich zwei gewonnen. Gibt' neue Settings, was sind neue Optionen. Bist du jetzt schon raus? Yo! Deestro, danke fürs dabei sein. Danke fürs mitspielen. Schöne gute Nacht, mach's gut. Schönen Ramstag. Und wir sehen uns morgen dann. Ah! Jetzt hab' ich das freigeschalten, oder was? Nur das letzte, nicht? Weil das fehlt. Okay, man muss tatsächlich... Ich muss sagen, die modernen, die modernen haben sie echt richtig gut gemacht. Ich mein' die klassischen, ich mag die Lieder voll gerne, aber die modernen, die haben sie wirklich gut gemacht. Haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, was Musik angeht, das ist Nintendo wirklich Mördergut. Wobei, ich muss sagen, was beim Golf, beim neuen, haben sie die Musik irgendwie nicht sooo lauernd gemacht. Sie ist gut, aber es ist einfach zu wenig Qualität und irgendwie unpassend zu Golf selbst. So, was kann ich alles kaufen? Sticker, Kartdesigns, oh shit! Neon? Okay, das schaut cool. Ohhhh! Es gibt Violett! Scheiß auf Premium. Oh mein Gott. Entweder ich nehm' das Neon. Soll ich mir das anschauen, wie es ausschaut? Das Neon schaut schon gut aus. Ah, ich glaub' das ist einfach... Ja. Ja damit. Ja, grüß dich Mika! Nächsten Freitag gewinne ich auch mal. Und lohnt sich mal eine Party? Ja, es ist echt gut. Es ist nicht perfekt. Karten auf dem Tisch, es ist nicht perfekt. Ich hab' ein paar Sachen, die mich stören. Aber die sind so minimal, dass das fast vernachlässigbar ist. Es macht mir Spaß. Es macht einfach mega Spaß. Sie haben sich sehr, sehr, sehr an das Alter und das Original gehalten. Ein paar kleine Änderungen haben sie eingebaut, die nicht gut sind. Ein paar kleine Änderungen haben sie gemacht, die extrem gut sind. Deine Kinder wollten es heute kaufen. Wie alt sind die? Dass ich ungefähr die Generation weiß. Oh, ich kann Musik kaufen. Will ich Musik kaufen? Willst du Sticker kaufen? Give me Sticker. Wahaha, nein. Tiktok or me. You wouldn't. Yay. Close one. Bad luck. Oh! Haben wir. Betrayal. Das gefällt mir auch gut. Go, go. Nehme ich auch sehr gerne. Fweet. Ding, ding. Why not? 9 und 6. Sollte passen für dich. Ah, für dich. Grüß dich. Grüß dich Lenny aus dem Norden. Schönen guten Abend. Das geht ab. Was für dich um 3 Uhr hierher, Alter. Wir alten Säcke haben definitiv extrem viel Spaß dran. Aber gut, wir sind auch aufgewachsen mit den alten Mario Partys. Simple as that. So, das wichtigste kaufe ich jetzt einmal. Ich weiß nicht, was das ist. Musik. Kann ich eigentlich alles aufkaufen? Ich hätte zwei auslassen können. Dann nehme ich morgen was drauf und wir kaufen das. Es macht echt Spaß. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Du kannst nicht pennen, das ist eher geschissen. Also sie haben... Der Casual Factor ist immer noch drinnen. Der Casual Factor ist immer noch drinnen. Also da musst du keine Sorgen machen. Ja gut, das mit den... Da kann ich es nicht umstellen. Wofür ist dann die Musik, die ich gekauft habe? Kann man sich die da anhören, oder was? Welcome to Data House. Ey, ist das eine neue? Was ist denn? Why don't you check it out, was ist das? Oh, ich habe... Stimmt, stimmt. Und Achievements. Es gibt Achievements, wovon ich ein riesen Fan bin. Holy crap. Okay, wir haben viele Achievements schon. Star Collector. Get three or more stars during an adventure. Get five or more stars. Get 100 or more coins. 150 or more. 200 or more. Steal one star from a rival. Steal three stars. Alt. Okay. Für solche Achievements müssen wir dann 50er Rumpen spielen. Weißt du was? Ich lege mich dafür kurz da hin. Steal 30 coins from Rivals. Steal 30 coins from Rivals. Das ging sich auch nicht aus. 50... Wo ist da? Ich meine der Star in a hidden block. Ja, das hat Jessie freigeschalten. Wo sieht man die Achievements? Du musst ganz rechts zu Kamek gehen. Und bei Kamek bei der Kugel von ihr. Dann gehe ich dann aus. Da kannst du einstellen, ob du modern und klassisch auf den Brettern haben willst. Das habe ich schon mitbekommen. Und ich muss sagen, die modernen... Ich liebe die klassischen. Ich liebe die Songs. Aber die modernen haben sie echt gut rübergebracht und gefallen mir gut. Deswegen lasse ich auch die modernen. Obwohl ich eigentlich jemand bin, der eher zum klassischen tendiert. Sie haben die modernen Dinge gut gemacht. A total of 1000 coins. Party mode 50 times. Das geht sich easy aus. A total of 100 minigames. Das müsste ich eh bald haben. Get 7 und... Müsste ich ausgehen, ja. Get 7 and more stars during an adventure. Holy shit. 7 oder mehr in einem adventure. Das kann dauern. In one game win in all minigames. Das wird das härteste Achievement. Das müsste ich wenn dann offline mit Einsatz CPUs machen. Was ist das? Cheap jump trainer. Switch to death and bosses places during adventure. Ah, okay. Land on event space 30 times. Versus. Holy shit. Das ist cool. Also das ist... Das dauert halt alles. Keep a skeleton key till the adventure ends. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ich habe mit Absicht diesen Schlüssel gekauft und bis zum Schluss behalten. Was sonst? Get 2 stars in one turn. Also stimmt, dass ich geklaut habe und den genommen habe. Passt schon. In one game win in half of the minigames. Das habe ich geschafft. Receive all the bonus stars during an adventure. Das habe ich vorhin gerade geschafft. After usual prize. Das hätte ich haben können. Ich kam noch nicht zum Stern. Au. Das ist mir nicht ein einziges Mal passiert. Warum habe ich da 7 und du nur 5? 12. Wo? 3, 4, 6, 8, 10, 12. Ich habe 13. Und online. Alle. Oh shit. Es gibt sogar online Sterne. 10 times in a row. We are on thousands of plays or high in a single minigame. Okay. Yo Drake. Vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank fürs Mitspielen. Machs gut. Hab einen schönen Samstag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Machs gut. So, was ich jetzt wissen will. Ah, da kann man sich die Musik anhören, okay. Gut, die habe ich jetzt alles freigeschalten. Homestretch. Ich weiß noch nicht, was Homestretch ist, aber okay. Im ganz linken Sternbild, aber du hast gesehen, woran das liegt. Hast du deine... Im ganz linken Sternbild. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8. Ich habe da nirgendwo 7. Wo hast du 7 gezählt? Achso, warum ich 7 freigeschaltet habe und du nur 5. Das sind Achievements, okay. Du schaltest ja nicht dasselbe frei. Du musst dir deine eigenen Achievements freischalten, Jesse. Jetzt kapiere ich, was du meinst. Ja, ich habe es kapiert. So, und das Wichtigste jetzt. Wir ändern... View? Nein, nicht View. Nicht Most Ball. Edit. Rookie? Oh! Man kann sich die Titel einstellen. Dann gehen wir den Coin-Takon. Ich bin immer ein Coin-Enthusiast gewesen. Ah, die Achievements kann man sich als Dinger... Okay, okay, ich sehe schon. In one game win half of all minigames. Ich müsste eigentlich das hier nehmen. Receive applause. Was ist applause? Wie kann man applause? Earn a skill grade of S in the minigame. Ich bin immer ein minigame-fan. Change Design. Das suche ich. Da! Wunderschön. So. Fertig. Oh, schau, ich habe euch eure. Alter, Drake ist schon 60. Warum ist Alex nur eins? Die ist zur Zeit verschwinden da drinnen. Empty Pockets. Empty Pockets, Zeitverschwender. Die Übersetzung ist irgendwie ganz komisch. Er hat auch schon elf Stunden gespielt. Holy fuck. Wann, wie kannst du nur Level 19 sein? Ach so, natürlich kannst du nur Level 19 sein, nicht Level 40. Weil man kriegt ja die Level anhand der Platzierung und anhand der Münzen und Sterne, die man gesammelt hat. So, und jetzt interessiert mich auch noch das. Was ist das? Oh, man sieht einfach nur Otherworlderfigure, who travels through space with her family, the Loomers. Man sieht einfach nur in welchen Mario Partys sie war. Seit zehn ist sie erst dabei. Ich finde es witzig, dass sie da gar nicht super Mario Party aufgelistet haben. Sie haben tatsächlich nur die ersten zehn Stück aufgelistet. Ah, finde ich cool, dass man solche Sachen freischalten kann. Also das haben sie echt cool gemacht. Erstens die Achievements, zweitens, dass es die Münzen und die Sterne, die man sammelt, was bringen, dass man da solche kleinen Spielereien machen kann. Ach so, die Sticker leuchten hier. Passt schon. Die Sticker mal hier ein andermal. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Da gibt es einfach so viel. Ah, man schaltet auch noch mit den Leveln ja noch neue Sachen frei. Das ist ja auch das Coole. Oh, shit. Da ist ja noch mehr als nur die Charaktere. Oh, da werden sie hundertprozentig noch mit Patches sau viele Sachen dazuschmeißen. Da bin ich absolut davon überzeugt. Fahre ich mich nur, ob auf der Overworld hier noch irgendwo Platz wäre. Ich meine, theoretisch wäre rechts unten noch Platz oder da oben irgendwo, dass sie noch irgendwas hinzufügen können. Ich würde mich halt über irgendeinen Singleplayer Story Mode würde ich mich extrem freuen, so wie es zum Beispiel in Mario Party 1 war. oder einen Duell-Mode aus Mario Party 3, der Duell-Mode. Oh, das wäre so geil für mich. Da würde ich sogar zahlen dafür. Ich würde sogar zahlen dafür. So, aber so schön es war, so schön es ist. Ich bin schon Stunde 6. Es reicht für heute. Es ist 3 Uhr. Oida, es ist fucking 3 Uhr. So, schauen wir mal, wer streamt. Inzwischen kann ich dabei mal hier hingehen. Das falsche 3. Wizzy ist nicht online? Na, oida. Ein Wizzy um die Uhrzeit nicht online ist, das ist eine Sensation, dass man das mal erlebt. Heute musst du aber das gute Publikum anstellen. Was? Ach so, stimmt. Ja, warte. Das ist natürlich das Wichtige. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schauen muss sein und heißt es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei. Die Schauen muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die heute mit dabei waren und an alle, die heute mitgespielt haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war großartig. Ich bin absolut verliebt in das Spiel. Schöne gute Nacht. Einen wunderschönen Samstag. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann morgen mit VarioWorld Shake Dimension. Macht es gut und bis dahin Peace out. Ciao. Tschüss. Nacht. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. beginning. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.